was hier so passiert, ob ihr noch alle sehen könnt. Und mal gucken, was hier so passiert. Die Konfiguration hat mich mal wieder hier voll im Griff. Na, das war jetzt der Vollbildmodus, den wollte ich mir nicht aktivieren. Bin ich denn zu hören, oder rede ich jetzt hier? Ah ja, tun geht es dir sehr schön. Ja, wie beim letzten Hardware-Talk warte ich noch mal ein paar Minütchen. Da kommt doch sicherlich noch der eine oder andere dazu. Bisher sind nur da. Drei Läutchen im Chat. Schönen guten Namen dann euch. Oh, bist du schnell hier? Warte mal eben. Immer wieder faszinierend. Man sieht ein anderes Bild auf dem Broadcasting, auf der Broadcasting-Software in unserem Fall. sind das, glaube ich, die meisten ja bei uns, also hier beim Retro-Kompott mit OBS unterwegs. So bin ich es auch. Und irgendwie sieht das Bild dann live doch, im Live-Screen dann doch ein wenig heller aus als hier. Naja, egal. Schauen wir mal, ob da noch der eine oder andere dazukommt. Ich sehe gerade zwei Leute sind jetzt. Jetzt sind wir nur noch zu dritt. Also zwei im Chat und einer sitzt hier. Beziehungsweise, ach, jetzt kommt wieder einer zurück. Äh, maybe schon mal eben hier die Stream-Beschreibung ändern. So, hallo Ingo. Oh, der Ingo ist schon da. Herrlich. Schön. Gruß nach Adenau schon mal an dieser Stelle. Ja. Ich trinke noch mal eben hier ein Schlückchen. Heute mal ein leckeres Spezi. Bin ein wenig unterzuckert. Also musst du heute. Hört ein Zocker noch rein in den dicken Kerl, ne? Prost, Amiga-Master. Hallo, Marcel. Hoffe, es geht dir besser. Ähm. So, die Hütte füllt sich, wie ich sehen kann. Dann, äh. Ja, hallo und herzlich willkommen. Es ist Montag, der 31.06.2021. Mein Name ist Danny und ich begrüße euch recht herzlich zum Mr. FPGA Monday. Ja, die Leute, die hier wahrscheinlich reingeschaltet haben, wissen, was jetzt auf sie zukommt. Eine geballte Informationswelle über den kleinen Kasten, den ich hier auch wieder links unten im Bild eingeblendet habe. Aber es geht mal wieder rund um den Mr. FPGA. Und, ähm. Heute wollte ich mal mit euch die Basisinstallation durchgehen. Also, wir haben ja viele Leute bei uns im Retro-Compat-Universum, die bereits schon einen Mr. besitzen. Und es gibt sehr, sehr viele, die, äh, mit dem Gedanken spielen, beziehungsweise die wir einfach, äh, missioniert haben, dass sie unbedingt einen Mr. brauchen. Und, ähm, damit diese Leute und auch andere, die jetzt gerade zuschauen, es etwas leichter haben, in die ganze Materie einzusteigen, ähm, gehe ich mit euch heute mal so die Basisschritte durch, wenn ihr denn so ein Gerät dann online beim Händler eures Vertrauens bestellt habt und, ähm, welche Schritte ihr dann, ähm, ja, was ihr machen müsst, um halt eben dann auch wirklich viel Spaß mit der Kiste zu haben. Ich hab heute wieder ein fürchterliches Kratzen im Hals, ich weiß nicht warum. Meine Erkältung ist zum Glück weg vom Wochenende, aber irgendwie ist das noch nicht so ganz. Ich muss noch mal einen kleinen Schluck trinken, tut mir leid, Leute. Cheers. Guten Abend auch an KF-Retro. Ja, ähm, der Mr. Der Mr. ist nicht Mist, sondern er ist ein Kleinkomputer, ähm, ähnlich eines Raspberry Pis, also auf einer Platine, ähm, mit einem, mit einer GPIO-Schnittstelle, in die dann halt eben diverse Hardware-Erweiterungen reingesteckt werden können. Das hatte ich beim letzten Mal schon so ein bisschen erzählt, dass ich hier bei meinem, bei meinem schönen Gerät, ist halt hier oben, hab ich hier halt eben drei Knöpfe, um halt eben dann die Funktionen der, äh, ähm, der, der einzelnen Cores halt eben zu, zu kontrollieren, beziehungsweise zu resetten. Und ich hab halt hier meine USB-Anschlüsse und so weiter und so fort. Die sind halt alle auf dem IO-Board, ähm, das ist halt eben oben auf die DEC-Nanoplatine, jetzt kommt das Spezi hochgesteckt, ähm, genau. Und ich will jetzt gar nicht großartig wieder über die, die, die Hardware reden, sondern ich zeig, ich wollte euch jetzt mal wirklich zeigen, wie ihr denn am besten vorgeht, wenn ihr euer, euren, euren, euren Mr. dann von eurem Händler des Vertrauens halt eben zugeschickt bekommen habt. Ähm, als aller, allererstes, ähm, der Mr. ist, basiert ja auf Open, ist ja auf einer, äh, Open-Source-Plattform. Also sprich, da können viele Leute einfach entwickeln, wie sie Lust und Laune haben. Und dementsprechend gibt es da halt eben auch ein großes, sehr, sehr großes Forum. Das seht ihr hier links neben mir im Bild auch schon eingeblendet. Der Chat ist jetzt leider dadurch etwas verdeckt. Äh, ich muss mal gucken, ob ich das nochmal eben korrigieren kann. So, jetzt geht der Chat auch über den, über den Browser. Ähm, also dieses, ähm, wie es hier oben in der Zeile auch schon, auch schon angeschrieben ist. Sieht man den Mauszeiger überhaupt? Ich kann nicht, nee, sagt er, blende die Maus. Ah, blende die Mauszeiger aus, echt? Oder, oder doch nicht? Shit. Ähm, das hab ich eigentlich, warte mal, eigentlich hatte ich gesagt, er soll mir den Mauszeiger mit aufnehmen. Hm, macht er aber nicht. Gut, das tut mir leid, aber so wichtig ist das jetzt auch nicht. Wichtig ist, dass ihr euch, ähm, die, die Adresse, äh, die Adresse merkt, die hier oben auch in der URL-Zeile angegeben ist. Das ist MrFPGA.org. Das ist das größte MrFPGA-Forum im, im, im World Wide Web. Ähm, wie ihr sehen könnt, es ist englischsprachig. Es gibt hier auch keine Funktion, um das auf Deutsch umzuschalten. Wenn ihr jetzt der englischen Sprache nicht so mächtig seid, müsst ihr leider einen Online-Übersetzer für den, äh, für die, für diese Webseite benutzen. Also es gibt hier keine deutschen, gibt hier keine deutschen, äh, äh, Subboards oder irgendwas in der, in der Richtung. Ähm, deswegen, äh, ist es bei dem Mr. eigentlich auch wichtig, dass man zumindest Interesse für die englische Sprache so ein bisschen mitbringt, wenn man sie denn nicht spricht. Denn, ähm, ja, auch die ganze Konfiguration und so weiter, das ist natürlich alles in Englisch. Ähm, da muss man sich halt eben mit auseinandersetzen oder halt eben, so notiert, halt eben jemanden bitten, der halt eben dann Englisch versteht, falls man, äh, gar, gar, gar keine, gar keine Englischkenntnis hat. Ähm, gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr, ähm, diese ganzen, ganzen Subboards, die hier aufgelistet sind, das sind, äh, dann, ähm, Diskussionen zu den einzelnen Cores, äh, ihr seht's hier schon, Konsolen wie Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Megadrive, Mega CD, oder halt eben Genesis in, 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 in den USA, Neo Geo, NES, Sega Master, Game Gear, Super Nintendo und so weiter. Hier findet ihr halt Diskussionen zu den einzelnen Cores, da könnt ihr auch dann eure Fragen stellen, falls ihr irgendeine Sache habt, die halt eben unter eurem, ähm, in eurer Emulation nicht läuft, wo ihr der Meinung seid, das müsste eigentlich funktionieren. Da könnt ihr dann halt eben nach, äh, halt eben dann eure, eure Fragen halt eben stellen und da gibt es eigentlich auch mal recht schnell irgendwelche Antworten. Auf die Boards würde ich jetzt aber gar nicht eingehen. Wichtig sind hier oben die, ähm, Useful Links, äh, Mr. Repositories, also Repositories sind die ganzen, äh, Source Codes von dem, von dem, von dem, von dem, von dem, der Projekt, äh, Projekt. Wenn ihr Programmierer seid, könnt ihr, solltet ihr da auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen, vielleicht habt ihr auch Bock mal was für das Ding zu entwickeln, ähm, was, äh, allerdings viel interessanter ist für die Leute, die das Ding einfach nur als, als reine Retro-Konsole, äh, als, als Multi-Retro-Konsolen, ähm, Computer nutzen wollen, ist halt eben das, das, äh, Mr. Wiki. Und, ähm, Mr. Wiki wird auch gleich auf der ersten Seite noch einmal, äh, ganz genau erzählt, was denn jetzt der, äh, was denn jetzt der, der Mr. im Detail ist. Hier, äh, seht ihr einmal einen, einen etwas anderen Aufbau, da habt ihr die sogenannte, äh, äh, das ist die User.io hier oben, ähm, die ist in dem Falle oben drauf gesteckt und unten drunter. In der Mitte ist der, in der Mitte ist der, in der Mitte ist der DEC Nano, also das Mr. Board und unten drunter ist, ähm, da sehe ich jetzt auch den Mauszeiger, äh, und unten drunter ist halt eben ein USB-Hub gesteckt und dann, äh, wird hier auch nochmal auf die technischen Details nochmal eingegangen, äh, das hatten wir bei den anderen Sendungen, denke ich mal, schon ausgiebig, äh, diskutiert, wo da die Vor- und Nachteile drin liegen, deswegen lassen wir das jetzt einfach mal auf der linken Seite liegen und, ähm, ähm, gehen jetzt einfach mal in den Setup-Guide und den hab ich hier auch schon mal geöffnet, ähm, es gibt natürlich auch Mr. Händler, die, äh, verschicken euch, äh, eine vorinstallierte SD-Karte, das ist gar kein, ähm, gar kein, äh, gar nicht mal so eine schlechte Idee, weil dann könnt ihr mit dem Teil sofort loslegen, äh, äh, ich rate allerdings dazu, äh, dass man sich selber so eine SD-Karte anlegt und zwar möglichst früh, weil, ähm, aufgrund der Vielfältigkeit der, der Maschinen, die halt eben simuliert werden können, kommt man da schnell an seine, an die Grenzen mit einer, ich sag jetzt mal 1632 GB SD-Karte, ähm, hier in meiner Maschine befindet sich eine, äh, äh, 500, äh, 500 GB SD-Karte, ähm, und die wird jetzt langsam auch schon, äh, etwas eng, also lieber mehr als, als, äh, äh, zu wenig von der Speicherkapazität und dann am besten, äh, eine, eine, eine neue Installation von, von, äh, Grund auf irgendwie sich selber anlegen, äh, ich hab das hier auch, äh, äh, schon mal ein wenig vorbereitet, also ich bin jetzt hier genau nach der, nach der Anleitung vorgegangen, wie sie halt eben hier auch vorgeschlagen wird, ähm, ihr braucht natürlich jetzt nicht so eine große Karte, weil, ähm, hatte ich auch schon erwähnt, der Mister kann auf Netzwerkfreigaben zugereifen, das heißt, ihr braucht jetzt hier nicht unbedingt eine, äh, 2 TB Festplatte oder irgendwas in der Art an das Gerät direkt anzuschließen, ihr könnt auch ganz, äh, ganz, äh, entspannt über den Netzwerkanschluss, dann auf eure freigegebene Netzwerkressourcen zugreifen, das ist gar kein Problem. Hi Mr. Talk, ähm, ja, ähm, dann, ähm, ja, schnappt ihr euch, äh, so wie hier, ich lege das Ding mal kurz rauf, so wie hier in meinem Falle, schnappt ihr euch einen, äh, sehr alten SD-Kartenleser, äh, oder einen modernen, bei mir ist es ein sehr, sehr altes Gerät, äh, der Firma Hama, wie man auch schon sehen kann, ähm, packt da eure Micro-SD-Karte, äh, entweder direkt rein, oder halt, bei mir brauche ich halt eben den Micro-SD-Kartenadapter, und, äh, dann nimmt ihr, also ich nehme da, unter Windows nehme ich da den Win32-Disc-Imager, das ist so ein Tool, mit dem man halt eben Festplatten-Images schreiben kann, das muss ich mal, der ist schon wieder heraus, warte, der ist schon wieder ausgeflogen, muss ich mir kurz einblenden, hat er mir schon wieder, hat er mir schon wieder geklaut. Mal gucken, ob er jetzt nicht angezeigt wird, ja, da ist er auch schon, ähm, und den schiebe ich mir mal eben kurz hier, hier rüber, über unser, unser, unser Browser-Fenster, ähm, das ist der, ja, Win32-Disc-Imager, mit dem ihr halt eben vorgefertigte Festplatten, beziehungsweise SD-Karten-Images auf eine SD-Karte oder einen USB-Stick schreiben könntest, benutzt man die auch mal ganz gerne, wenn man jetzt andere Einplatinen-Systeme im, äh, in der benutzt, sogar wie zum Beispiel ein Raspberry Pi, und, ähm, ja, dann hab ich hier, dann, ähm, hab ich hier schon mal ein Image ausgewählt, was ich mir auf den Desktop geschmissen hab, von Mr. Fusion, ähm, schieben wir ihn noch mal kurz, äh, ne, das ist, Moment, nehmen wir noch mal kurz ihn aus dem Bild, ähm, das Ganze wird nämlich auch hier im, im Installations-Wiki erzählt, ähm, das ist halt eben schon ein vorgefertigtes Package gibt, und das wird halt eben auch für, für Leute, die halt eben das Ding noch nicht haben, halt eben vorgeschlagen, ähm, ihr geht auf die, auf die Release-Seite von, von, ähm, Mr. Fusion, die ihr hierüber erreicht, kann ich auch mal kurz draufklicken, und dann die oberste Version vom Dezember 2020, äh, die Version 2.2, das ist immer noch die aktuellste, und, ähm, dann zieht, zieht ihr euch die runter, und dann kommt, wie gesagt, der Win32-Disk-Imager zum Einsatz, und, äh, ja, da schmeißt ihr dann das Image rein, wählt hier auf, bei Datenträger, äh, sofern er, äh, euch eine Auswahl für mehrere gibt, bei mir hat er automatisch gleich nur die SD-Karte, die eingelegt ist, erkannt, ähm, und ansonsten braucht ihr keine, keine großartigen Optionen, wie Hash oder sowas, irgendwie eins, eins, so einfach auf, einfach auf Schreiben klicken, dann gibt's nochmal eine Warnmeldung, die ihr jetzt nicht seht, weil das ein separates Fenster ist, und da drück ich dann auf Ja, und dann wird das Image auf die SD-Karte geschrieben, sagt mir jetzt auch gerade, ähm, Schreiben erfolgreich, dann kommen ein paar, äh, ploppen so ein paar Windows, ähm, dann ploppen so ein paar Windows, Windows-Fenster auf, äh, von wegen, und, äh, Datenträger nicht formatiert, und bla 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 bla, äh, die einfach, äh, wegklicken, die könnt ihr erstmal ignorieren, weil wir haben jetzt die Karte fertig, ähm, das Image ist also raufgeschrieben worden, ich kann den, dementsprechend auch den Win32-Disk-Imager dann mal hier schließen, und jetzt nehme ich hier meine SD-Karte aus meinem Lesegerät, äh, in meinem Falle, das scheint mir kurz den Mist aus, der läuft ja mich noch fröhlich vor sich her, äh, in meinem Falle habe ich ja hier so eine Trägerplatine, kann ich auch nochmal eben, kann ich auch nochmal eben in die Kamera halten, ähm, nehmen wir die hier vor mir, das ist so eine kleine Adapterplatine, ähm, weil der ist, die, die, die Haupt-SD-Karte vom, Haupt-SD-Karte vom Mister ist ja oft bekanntlicherweise auf der Unterseite der, ähm, äh, der, der, der DC-Nano und etwas versteckt, und, ähm, weil ich dieses 3D-gedruckte Gehäuse hier habe bei meinem Gerät, wie gesagt, ich besitze einen Mister aus Spanien, von dem Antonio Vilena, ähm, kann ich die halt eben über diesen Träger, ich muss kurz eben zur Seite gehen hier, Keiner ganz bequem, wieso, Mist, diese SD-Karte halt eben, äh, da reinschieben ist sie jetzt drinnen, das ist manchmal ein bisschen tricky, bei dieser Platinen-Geschichte, weil das halt eben alles sehr, sehr klein ist, ne, die war noch nicht, Sekunde mal eben, so, jetzt sitzt die, hallo Raumfahrer, jetzt sitzt die SD-Karte auch, jetzt kann ich auch mal eben den, nehm ich mal eben kurz meinen Browser aus der, mal eben kurz meinen Browser aus der Sichtweih, äh, ne, ich hab, ich verwende das von Mr. Fusion, weil das halt eben im Wiki vorgeschlagen wurde, also es gibt dafür verschiedene, ähm, ne, an bestimmten Grund hat das jetzt nicht, aber irgendwie hab ich hier heute den Technik-Warm, weil er zeigt mir immer noch mein, er zeigt mir immer noch das alte Bild, was, was, äh, äh, von der Capture-Karte, obwohl das eigentlich gar nicht mehr da ist, also irgendwas, irgendwie hab ich hier heute, ich hoffe jetzt mal, dass er mir jetzt das neue Bild zeigt, irgendwie hab ich heute hier eigentlich nicht kleine Technik-Probleme mit meiner Elgato, ah ja, jetzt, jetzt zeigt das aber, super, ähm, ja, wie ihr seht, ein blauer Bildschirm, und da sollte jetzt gleich eine Meldung auch erscheinen, das ist jetzt wieder mein, ich und Technik, das ist jetzt wieder mein, mein technischer Vorführeffekt hier, ne, wie letztes Mal mit dem Gotek, wo ich den Gotek geschrottet hab, ähm, ich glaube, ich glaube, da hat sich gerade, oder sitzt meine SD-Karte hier nicht, das ist echt mit der, dem Trigger-Ding, ich muss auch noch meinen genauer Code kontrollieren, ne, irgendwie, irgendwie will der, will der SD-Karten-Adaptik gerade momentan nicht so recht, Moment, ich muss mal kurz hier ein bisschen umtiteln. Meine Güte, was ist das denn heute hier? Ich kann auch nicht angehen, immer wenn ich überzeugen will. ich würde ganzежige, ich würde jetzt gleich ein bisschen dinge haben und werde dir intelligente, ich würde sagen, yan. Na, tut sie jetzt was? Ja, cool, jetzt kommt der blaue Bildschirm wieder. Aber irgendwie... Irgendwie bootet der jetzt nicht von der Kiste. Und ich weiß nicht warum. Das ist jetzt mal wieder der Vorführeffekt. Das ist natürlich super. Im Test hat alles funktioniert. Und live mag mich das Ding jetzt irgendwie nicht. Oder? Habe ich irgendwas übersehen? Nee, irgendwie will er nicht. Okay, dann machen wir das Ganze noch einmal aus. Ich will nur mal eben kurz... Ich teste mal eben kurz mit meiner SD-Karte. Weil diese Adapter-Platine, die ist echt ein bisschen fummelig. Dass ich mir das jetzt dadurch schon verbaselt habe. Nee, also in der Adapter-Platine lag es nicht. Dann mache ich jetzt nochmal eben folgendes. Dann schreibe ich... Schreibe ich das Mr. Fusion-Image doch noch ein, zweites Mal eben auf den... Auf die SD-Karte. Vielleicht... Nicht da, der Wormbega. Hallo Robin. Nein, bisher ist der Gotek noch nicht angekommen. Aber ich habe heute... Heute gab es hier gar keine Post. Also es kann schon sein, dass die an morgen kommt. Montag ist hier manchmal kein Posttag. Also mich ärgert das jetzt gerade fürchterlich, dass hier die Sachen im Testlauf immer einwandfrei funktioniert haben. Und wenn ich euch das dann abends live vor der Kamera zeigen will, dass das Ganze da nicht hinhaut. Vor allen Dingen, weil heute... Kann ich leider auch nicht so lange senden, weil ich morgen richtig früh aus der Kurie muss. Deswegen hoffe ich mal, dass ich das jetzt irgendwie nichtsdestotrotz irgendwie noch irgendwie hinkriege. So, ich nehme nochmal meinen Win32-Disk-Imager. Da zeigt er ihn auch an. Muss man... Muss man kurz hier, das war das Falsche. Da ist das Richtige. So, da ist wieder mein... Mein Image. Und dann drücke ich hier nochmal auf Schreiben. Und sage nochmal Ja. SD-Karte wird beschrieben. Schreiben war erfolgreich. So, und jetzt... Genau, jetzt öffnet sich hier auch bei mir wieder die Windows-Fenster von wegen und... Weil da halt eben auch noch Linux-Partitionen drauf sind, die halt eben von Windows natürlich nicht erkannt werden. So, jetzt habe ich auch mal ordnungsgemäß die SD-Karte ausgeworfen, was ich normalerweise nie tue. Und damit eigentlich bisher immer Glück gehabt habe, beziehungsweise lange genug gewartet habe, dass alle Schreibvergänge begrennt waren. Jetzt versuche ich es nochmal mit der SD-Karte, Mr. Okay. Und... Schauen wir mal... Tja, also der USB-Hub fährt hoch, wie man sehen kann, aber... Irgendwie bootet er nicht von der SD. Sheet. Jetzt muss ich mal eben kurz hier in meinen... Muss ich mal eben kurz hier in meinen... In meinen... In meinen Karten gucken, ob ich noch irgendeine andere SD-Karte habe. Ne, die habe ich jetzt natürlich nicht. Tja... Das ist jetzt ärgerlich. Das ist sogar mehr als ärgerlich. Weil jetzt ist eigentlich das, was ich für die heutige Sendung geplant habe... Schon wieder mal hinfällig geworden. Ich verstehe es auch nicht, warum er mir die Karte... Warum er die Karte mir jetzt hier nicht... Warum er die Karte nicht... Er bootet. Verstehe ich beim besten Willen nicht. Äh... Ja. Ich... Muss es doch nochmal. Ich probiere es jetzt noch ein drittes Mal. Dreimal ist es Bremer recht, wie wir hier zu sagen, fliegen. Aber... Irgendwann frostet es dann auch. Äh... Mal Volume löschen. So, jetzt habe ich mein Volume nochmal gelöscht. Gucken wir mal, ob wir jetzt was hinkriegen hier. Ich probiere nochmal kurz was anderes. Ich habe jetzt mal... Ich habe jetzt mal die SD-Karte... Vielleicht die SD-Karte auch in Haubeck gekriegt. Keine Ahnung. Natürlich jetzt nicht so schön. Datenträger vom... Ich mache mal kurz hier ein Schnellformat unter... Unter Windows, um mal eben kurz zu gucken, dass sie... Nicht, dass ich heute wieder so einen glücklichen Terra-Pro, wo mir die Haubeck um die Ohren fliegt. Aber ich glaube nicht, das sieht ja eigentlich ganz gut aus. Das sieht ja eigentlich ganz gut aus, dass er mir... Dass er mir die Karte jetzt nicht zerschossen hat. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, so Image-Geschichten habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. Mache ich normalerweise irgendwie lieber unter Linux, aber bei Linux habe ich halt das Problem, dass ich Linux nicht mit der Elgato dann streamen kann. Dann habe ich halt das Problem, habe ich damit halt dann... Ansonsten hätte ich das schon mal irgendwie unter... Äh... Unter Linux schon mal... Hätte ich das unter Linux jetzt alles heute auch gemacht. So, probieren wir es noch einmal aus und falls sich das jetzt wirklich nicht hinhaut, dann tut es mir leid. Dann muss ich... Dann muss ich es wirklich fürs nächste Mal mit... Muss ich es beim nächsten Mal... Äh... Als Video vorbereiten. Genauso einwandfrei durch wie vorhin auch. Dauert vielleicht einen kleinen Tick länger gefühlt. Tja... Das ist schon irgendwie ein bisschen merkwürdig, dass er... Dass er jetzt da die Karte... So, jetzt habe ich die Karte schon wieder... Formatiert und hab die auch ausgeschmissen wieder... Ordnungsgemäß. Und jetzt gucken wir mal... Ob er die jetzt mag. Das sieht besser aus. Und das Ding ist im Bild. Das sieht schon mal besser aus. So, Mr. Fusion is installing Mr. Please stand by. Tja, hat sich da wohl irgendwie beim... Beim, ähm... Schreiben des Images... Hat sich da wohl dann irgendwie, äh... Ja, der Federteufel eingeschlichen. Keine Ahnung, beim dritten Mal... Klappt das jetzt endlich? Und, äh... Wie wir sehen, sehen wir nix. Also außer einem schwarzen Bildschirm mit Text, der auch noch hier... Ähm... Wie ich gerade sehe... Genau, der ist... Jetzt abgeschnitten gewesen, weil die... Genau, die... Das seht ihr jetzt auch schon am Bild. Das muss ich mal eben korrigieren. Das habe ich vorhin vergessen. Weil hier ein... Die Auflösung von dem... Von der... Die Auflösung von der Elgato nicht ganz korrekt dargestellt wird. Jetzt ist es sogar noch kleiner geworden. Ah! Sekunde... Weißes Rauschen. Und... Keine Files, nix installiert. Ich kann aber hier die Escape-Taste drücken. Und... Äh... Sehe dann hier mein... Sehe dann hier mein... Mein Menü vom Mister. Gehe jetzt auf Skripte. Da bekomme ich das... Die Skripte-Funktion oder der Skripte-Folder ist extrem wichtig, weil darüber konfiguriert ihr euch die... Ähm... Den gesamten... DEC Nano für eure... Ähm... Für eure... Bedürfnisse. Und... Ähm... Da ich das jetzt schon öfters gemacht habe... Ähm... Sag ich... Ähm... Yes and don't ask again. Ähm... Ich weiß, was ich hier tue nach dem Motto und nerv mich nicht. Und jetzt habe ich halt eben hier, wie man sehen kann, die Skripte... Update und WiFi. WiFi ist, wenn ich jetzt einen WiFi-Dongle drinne hätte. Und Update ist halt eben, wenn ich da jetzt drauf drücke... Dann lädt er... Sich den aktuellen... Ähm... Ja, den aktuellen Mister Core runter, wenn ich das jetzt richtig sehe. Im Hauptmöglich, da steht meine Spezi-Flasche weg. Muss ich kurz das erschieben. Ja, er lädt jetzt hier die, ähm... Ähm... Die Basis-Installation quasi runter. Und... Ähm... Das lassen wir jetzt einmal eben hier durchlaufen. Genau, Slater fängt er auch an, die ersten Computer runterzuladen. Archie, Archon, Atom... Und so weiter und so fort. Ähm... Wir werden dieses Skript, ähm... Dieses Update-Skript, ähm... Auch nur für die... Für die... Für die... Für die Initial... Ähm... Installierung benutzen. Ähm... Danach werden wir das sogenannte Update-All-Skript... Uns auf die... Uns auf die, äh... Uns auf die SD-Karte spielen, weil das um einiges leichter ist, damit, äh, den... Die Kurs, äh... Ähm... Weil die Karte ist ja neu. Die, äh... War vorher noch nicht mit irgendwelchen Kurs bespielt. Und deswegen rattert das Ding jetzt erstmal hier gemütlich vor sich hin. Und, äh... Ja, packt auf die... Ah, mal schnüberschieben. Packt hier auf das, das, dann meine Micro-SD oder in meinem Fall die Micro-SD-Karte. Äh... Speichert da halt eben dann die ganzen Sachen drauf, hat, äh... Legt auch Unterverzeichnisse an und so weiter und so fort. Und, äh... Ne, Ingo, das ist nicht drauf. Also, äh... Die Karte war ja neu. Da war nur das, das, äh... Das Mr. Fusion-Installer-Skript drauf. Und da sind halt eben, da sind nur die Basis-Skripte... Wie das Mr. Update-Skript, beziehungsweise das WiFi-Setup-Skript drauf. Und, und alles andere muss man sich dann halt eben... Äh... Was soll man sich halt eben dann dazu... Dazu kopieren. Also, kann man entweder per... Äh... Per Netzwerk machen, oder halt eben per... Äh... Ähm... Einfach, einfach mit, ähm... Hier mit einem SD-Karten, mit einem Kartenleser. Ne, also, momentan war das Update-All-Skript jetzt nicht mit dabei. Also, ich kann natürlich sein, wir werden ja gleich sehen, was da... Nach der Installation dann alles auf der Karte dazugekommen ist. Ähm... Ich glaube aber nicht, dass das, äh... Ich glaube aber nicht, dass das Update-All da standardmäßig mit dabei ist. Gucke jetzt hier auch gerade nochmal... Ich will das... Will den Screen jetzt hier nicht... Äh... Kann ich mal ein bisschen größer machen. Will den Screen jetzt hier nicht, ähm... 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 Mit dem, mit dem Browser belegen. Äh... Ne, das Update-All ist da... Ist bei Mr. Fusion so nicht darauf. Steht hier auch, das muss man sich dann... Dementsprechend... Kann man das dann in den... In den... In den Skript-Default... Da könnte man das dann... Kann man halt eben dann die... Die 40 Skripte dann halt eben... Reinschmeißen. Aber wie gesagt, was er jetzt genau runterlädt, das kann ich dir nicht sagen. Das, äh... Werden wir dann gleich sehen, wenn... Das Skript durchgelaufen ist. Ja, und, ähm... Ich mach euch doch nochmal kurz den Browser da drüber. Weil das ist ja doch recht langweilig, äh... Jetzt hier dem... Den Mr. beim... Beim Runterladen zuzugucken. Ähm... Ne, das ist ja, was ich eben... Was ich eben hier schon sagte. Adding more Scripts. Ne, das ist das halt eben, dass man halt eben... Die Sachen dann halt eben raufkopieren kann. Und, ähm... Ja, dann... Dann gibt's halt hier noch die... Was ich vorhin meinte mit Samba, mit der... Mit den Netzwerkfreigaben, das... Das muss man halt eben alles... Manuell... Dann irgendwie... Dann zusammendenken. Keine Ahnung, vielleicht hast du das, äh... Vielleicht hast du das Update All, ähm... Händisch raufgespielt, das, äh... Als, ähm... Aus dem Nähkästchen nochmal hier geplaudert. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen langweilig für die... Für die anderen Leute. Als, äh... Als, äh... Als ihr mir, als ihr mir im letzten Jahre dem, äh... Den, äh... Den, äh... Du warst das ja überwiegend, äh... Als du mir dann den Mr. empfohlen hattest, kam irgendeiner dann kurze Zeit, nachdem ich das Ding halt... Oder am Konfigurieren war, kam irgendeiner dann, äh... Sagt dann hier, du brauchst das Update All. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob's der Lutz war oder ob's der Arne war. Einer von den beiden war's. Und dann hab ich... Dann hab ich mir das installiert und hab gesehen, dass das Update All ja viel praktischer ist, äh... Als das Standard-Update-Skript, weil man halt eben auch die ganzen Arcade-Cores und, äh... Und, äh... Ander Geschichten damit halt eben dann runtergeladen bekommt. Das gab's ja sonst immer so einzelne Skripte, die man dann dafür nimmt. Ja, die Mr.... Die Mr. Firmware, also der Mr. Core an sich, der wird auch, äh... Raumfahrer, der wird auch bei jedem Update-Skript aktualisiert. Ab und zu gibt es aber dann auch nochmal ein Update für das... Für das Linux, äh... Subsystem. Und da ist es dann ausschlaggebend, ob dein Update-Skript... Wenn du das Update All benutzt, müsste das eigentlich auch automatisch, ähm... Geupdatet werden. Man muss halt eben... Ich kann nochmal kurz hier zurück. Ähm... Ähm... Wenn man jetzt hier, äh... Bei Mr. FPG Erfung ist und dann geht man auf Mr. Repositories. Dann öffnet sich hier eine Seite. Und, äh... Da sieht man halt eben, was gerade halt eben... Ähm... Was jetzt gerade halt eben... Hier steht zum Beispiel... Mainmester ist gerade vor zwei Stunden geupdatet worden. Wenn ich da jetzt raufklicke... Dann kriege ich einmal hier oben die ganzen Source-Files... Zu der ganzen Geschichte. Es gibt aber auch immer ein... 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 Ein Wiki und dann, äh... Gut, in dem Falle verlinkt er mich, glaube ich, auf das normale Wiki, was... Ja, genau. Verlinkt er mich auf das normale Wiki, was ich jetzt auch schon eben geöffnet habe. Manchmal stehen hier dann aber auch noch, ähm... Zusätzliche Informationen drin in der Readme zum Beispiel. Wenn halt eben das Linux-Subsystem, ähm... Geupdatet wurde, dann kann es sein, dass man halt das Ganze händisch nochmal dann... Mit einem... Mit einem kleinen Befehl, äh... Oder mit einem kleinen... Skript, was dann aber, ähm... Ich glaube, es wurde beim letzten Mal auch mit... Nee, das muss man dann über die Shell machen. Ähm... Wo man dann halt eben dann das Linux einmal eben kurz händisch... Dann halt eben, äh... Updaten muss. Aber wie gesagt, das gibt es, glaube ich, beim Update-All. Beim Update-All-Skript ist das, glaube ich, ähm... Alles... Alles, äh... Mit dabei. Also ich, äh... Kann ja gerne nochmal... Wenn wir dann das... Das Skript, äh... Laufen lassen... Kann ich das gerne auch nochmal... Auch nochmal, äh... Überprüfen bis zum nächsten Mal, ob das wirklich der Fall ist. Nicht, dass ich euch jetzt hier Bullshit erzähle, aber... Das sollte eigentlich so nicht sein. Das sollte eigentlich so sein. Deswegen heißt es ja auch Update-All, weil halt wirklich alles... Ähm... Ja... Geupdate wird. Und wie ihr sehen könnt, anhand der Titel, die jetzt im Hintergrund... Gerade durch, äh... Ballern sind wir jetzt bei den Arcades angelangt. Und, äh... Wenn das dann hoffentlich gleich abgeschlossen ist, dann... Können wir uns dann doch nochmal... Äh... Werde ich nochmal nochmal... Genauer nochmal zeigen... Wie denn das dann auf der SD-Karte... Nachher aussieht und wo... Wo dann... Dementsprechend halt eben dann auch... Auch, äh... Dateien... Hinkopiert werden müssen, die ihr dann halt eben... Äh... Äh... Nutzen... Die halt eben... Die Dateien hinkopiert werden müssen, die ihr halt eben auch benutzen wollt. Ähm... Ähm... Ja, Update-All ist, ähm... Ich, ich, äh... Deswegen, deswegen, ähm... Ähm... Der Hinweis mit Update-All... Mit Update-All wird halt eben, äh... Das Ganze auch in eine andere Verzeichnisstruktur gebracht. Hat aber den Vorteil, dass diese Struktur... Äh... Äh... Ich sag mal... Ähm... Ähm... In dem Verzeichnis nochmal ein... ROM-Verzeichnis, wo halt eben dann die ROMs reinkopiert werden müssen. Deswegen bin ich eigentlich eher so ein Freund von dem Update-All-Script. Ich kann auch mal eben kurz gucken... Äh... Na, hab er lachen. Ich hab die falsche Struktur ausgewählt. Das hab ich mir jetzt hier nicht offen. Hab ich mir jetzt hier nicht, äh... Zurechtgelegt gehabt. Sub-Silent, Update-All. Okay, und dann lesen wir eben ganz kurz... Genau, einmal die... Genau, das ist der Unterschied. Ähm... Die Jotego... Äh... Genau, ist... Ja, äh... Er lädt die Jotego-Course-Updates runter. Jotego ist ja auch so ein Entwickler, den man per Patreon unterstützen kann. Der... Kümmert sich um viele Arcade-Machines. Ähm... Dann gibt es die unoffiziellen Cores... Die inoffiziellen Cores. Also, das sind Cores, die noch nicht... Äh... Komplett offiziell, ähm... Released worden sind, aber schon ziemlich... Äh... Ziemlich, äh... Stabil laufen. Äh... Da gehört zum Beispiel der... Äh... Äh... Ich glaube, Atari Lynx-Core gehört da, glaub ich, zu. Äh... Äh... Dann gibt es die sogenannten LL-APi-Cores. Die... Die sind kompatibel mit dem Blister und, äh... Lama. Das kenne ich jetzt, sagt mir jetzt so direkt nix. Ähm... Genau. Äh... Bios-Getter. Das ist auch ganz interessant, weil es gibt ja, wie gesagt, einige Konsolen und einige... Arcade-Maschinen, die halt eben auch... Ähm... Ähm... Bestimmte... Äh... Bios- bzw. ROM-Dateien benötigen. Die werden hier dann auch automatisch aus, ähm... Aus... Archive.org, äh... gezogen. Und selbiges gilt für... Für die Arcade-Maschinen, äh... Ähm... Wird halt eben aus dem MAME oder... Äh... Homeroom-MAME... Werden dann halt eben, ähm... Auch von Archive.org dann halt eben gleich die ganzen Sachen runtergeladen. Aber das, das läuft, das, das dauert dann teilweise natürlich auch noch... Das läuft ja jetzt hier im Hintergrund... Äh... Läuft ja unsere, unsere... Ich sag jetzt mal Basis-Installation. Ähm... Läuft ja jetzt erstmal noch durch. Und, ähm... Bis die, äh... Das Update-All, das ist, äh... Aufgrund halt eben, weil die Arcade-Maschinen da noch mit drin sind, dauert das Ganze dann nochmal so ein bisschen länger. Und was halt eben auch bei, ähm... Was halt eben auch bei, äh... Bei dem Update-All halt eben mit dabei ist, sind halt eben... Ähm... 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 Ja, Konfigurationsfalls, man kann halt eben den... Das Update-All kann man halt eben, wie man hier auch in dem Fenster sieht, kann man halt eben hier wirklich, ähm... Komplett nach seinen, nach seinen Wünschen halt eben konfigurieren, ohne jetzt da selber irgendwie an den, an den Indie-Dateien halt eben rumzufrickeln. Das kann man hier alles mehr oder weniger bequem über Menüs machen. Und, äh... Dann gibt es zusätzlich auch noch, ähm... Unterstützungen, und zwar für, für, ähm... DB9, das ist ja hier bei mir die, diese, diese Buchse an der Seite, die, die, ähm... Neunpolige Joystick-Buchse. Da kann man dann, äh, Controller anschließen. Da gibt es ja auch einige, einige Corsi benötigen dann speziell diesen, diesen DB9, äh... Zusatz, dass man halt eben dann überhaupt über diesen Anschluss dann halt eben, äh... Leitgang-Controller sind das. Ja, genau, nach einer frischen Installation, SD-Installation gleich ein Update-All machen, stimmt, das kann man halt auch machen, klar. Ähm... Ich wollte nur jetzt halt eben mal hier... Ähm... Ich wollte euch heute erstmal hier die, diese Basis-Installation zeigen. Mit der würde ich halt auch, wie gesagt, erstmal anfangen. Ähm... Ähm... Damit ihr halt auch, auch gucken könnt, ob das, ob das, äh... Ob der Mist da überhaupt, äh... Insoweit, insoweit läuft, dass ihr auch mal so euch das so ein bisschen mit dem System auseinandersetzt, weil, wie gesagt, ganz um... Ganz um diese, diese Konfiguration von, äh, via, via, in die Dateien und so weiter, kommt ihr nicht drum rum. Und, ähm... Ihr müsst halt eben auch, äh, das macht das Gerät ja auch so besonders, ähm, dass ihr halt eben... Ihr könnt halt eben den, den HDMI-Ausgang halt eben wirklich an euren Monitor anpassen. Oder ihr könnt, wenn ihr halt, ähm, ein I.O. Board besitzt, wie ich es, wie ich es tue, mit dem, ähm, mit dem, ähm... Obwohl ihr ja auch 50 Kilohertz, also sprich ein 1084S oder sowas in der Art, äh, drüber betreiben könnt. Das könnt, das könnt ihr halt eben dann halt auch über die, die Skripte dann halt eben, äh, äh, dann konfigurieren. So, und jetzt sehe ich gerade, äh, Error-Upding, äh, jetzt hier, Linux-System must be updated. Also, das war halt eben alles, äh, noch vom, vom Stand vom Dezember und jetzt hat er hier das Linux auch. Macht er hier auch ein Update von dem, von dem Linux und eigentlich gehe ich jetzt auch mal davon aus, dass er das Ganze dann auch automatisch updatet. So, schauen wir mal. Ähm, ja, ja, er entpackt gerade, wie wir hier sehen können, er entpackt gerade aus einem, äh, aus einem Rahmenverzeichnis. Das dauert natürlich ein bisschen länger als, achso, ihr seht's nicht, weil ich, weil ich den Browser noch davor habe, Entschuldigung. Ähm, wir entpacken hier gerade aus einer RA-Datei. Das dauert auf der Kiste natürlich dann doch etwas klein, klein Ticken länger als wenn man das jetzt, wie man das jetzt vom PC her kennt. Ja, der Toslink-Ausgang, ja, ähm, ja, ist halt so eine Frage. Also, Toslink ist ja, äh, kann man hier meinen, äh, 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 3,5 Millimeter Klinkenstecker rausziehen. Das ist diese rot, diese grüne, rot, äh, ähm, grüne Buchse mit dem roten Licht. Das ist also ein Toslink, also ein digitaler optischer Ausgang. Äh, ich hab hier aber keinen Verstärker in der Nähe, wo ich, wo ich das, äh, äh, anschließen könnte. Deswegen ist das für mich, äh, äh, eigentlich relativ egal, ob ich das jetzt habe oder nicht. Äh, ich nutze, ich hab das Ding hier sowieso an einem, an einem, an einem Mischpult angeschlossen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir, genau, wir sehen jetzt hier auch oben Mr. V210521. Das heißt, ähm, das ist die Version vom 21.05.2021. Das muss man halt eben von links nach rechts lesen. Ähm, und OS ist, ähm, 210316. Das heißt, das Linux ist jetzt vom 16.03.2021. Und das ist definitiv aktueller als der 20. Dezember, von dem das, äh, Mr. Fusion war. Äh, und jetzt sehen wir hier auch, jetzt haben wir hier auch eine, eine ganze Hülle und Fülle an, an, äh, Skripten, die, ähm, die wir, äh, jetzt aufrufen können. Bluetooth-Pair, ähm, ist, ja, was wie der Name schon sagt, ähm, ich hab hier hinten auch einen TP-Link-Bluetooth-Dongle drinne. Und dann hab ich hier, äh, was ist das denn, da, hab ich hier ein altes PlayStation-3-Pad und ich geh jetzt mal auf Bluetooth-Pair und, ähm, switch to Pairing-Mode. Und jetzt hab ich mein PlayStation-3-Pad mal, mal angeschlossen. Das blinkt jetzt wie verrückt. Nothing found. Ach, nee, wie war das mit Pairing beim PlayStation-Pad? Wie war das nochmal? Muss ich das jetzt hier unten resetten? Weiß das einer von euch im Chat? Zufällig? Ich hab grad vergessen, wie man, wie man, wie war das nochmal mit dem Pairing bei dem PlayStation-Pad? Nothing found. Ich glaube, ich muss mal eben kurz mir so einen, so einen kleinen, eine kleine Büro-Klammer besorgen. Sekunde. Zeitbüro-Klammer, jeder. Da ich ja nun auch, äh, da ich ja nun auch zu den Menschen gehöre, die, die ein angebissenes Apfel-Telefon besitzen, müsste ich hier irgendwo noch dieses, diesen SIM-Karten-Dödel, die ja irgendwo, ja, da hab ich ihn. SIM-Karten-Dödel hier in meiner, meiner, ähm, Beschreibung abhaben. So, und beim, beim PlayStation-Pad ist hier unten so eine kleine, kleine Buchse, da geht man halt rein. Und damit kann man das Ding halt eben dann resetten. Und jetzt geh ich hier nochmal auf die Skripte. Bluetooth-Pairing. Oh, jetzt rattert er hier runter. Was ist da passiert? Nothing found. Und... Ich hab echt vergessen, wenn man dieses blöde PlayStation-3-Pad-Pair hat. Ah, Mann. Äh... Na gut, dann... Kann ich ja mal kurz den Browser aufmachen, weil wir nochmal aufmachen. Und... Dann gucken wir doch mal hier im Wiki über Bluetooth. Connect the Gamepad through USB to Mr. Ah, okay. Okay, dann ist das genau klassisch, wie man's, äh, auch an der PlayStation gemacht, machen würde. Also USB-Kabel in den Mist da rein. Anderes USB-Kabel in den Controller. Jetzt leuchtet hier auch nur noch eine LED. Und jetzt fängt das Pad hier irgendwie verrückt an zu blinken. Jetzt muss ich mal eben das Browser-Fenster wieder wegmachen, sonst seht ihr das nicht. Und dann geh ich noch auf Skripto und geh noch mal auf Bluetooth-Pair. Und... Ah, es ist schon gepairt. Es ist schon gepairt, weil es hat aufgehört zu blinken. Äh... Genau, nothing found plus any key to continue. Mal gucken, ob das geht. Nehme ich jetzt hier am Joystick-Dröcker. Ne, das nicht, aber... Na. Ja. Nehme ich jetzt mal kurz hier rum. Äh, haben wir hier gerade... Was stand da nochmal drin? So. Äh, connect the Gamepad through USB to mister. Haben wir gemacht. Press the PS-Button for lights. And one... Ähm, das ist 1-4. Bis noch eins blinkt. Genau. Disconnect the Gamepad while it starts to blink. Only one will remain active if succeeded. Ja, also das Ding ist schon gepairt. Äh... Kann natürlich sein, dass ich das jetzt nochmal... Gucken wir mal hier in die Mini-Settings rein. Das ist auch ganz interessant. Das sind nämlich... Das sind nämlich auch die Settings, die ihr hier einstellen wollt, wenn... Wenn ihr, ähm... Wenn ihr euer Gerät, äh, dann halt eben konfiguriert. Konfigurieren wollt. Äh, Video-Mode. Da wähle ich jetzt mal... Den klassischen Full-HD-Modus. Ich habe hier... Ähm... Ich habe hier so einen alten... Keinen alten. Ich habe hier so einen Samsung... Ähm... Fernseher, sprich, ähm... Fernseher-Monitor-Kombi-Ding. Deswegen stelle ich hier jetzt auch alle Modis. Also ich habe den Video-Mode, den VGA. Video-Mode NTSC und Video-Mode PAL. Das stelle ich alles auf... Full-HD mit... 50 Hertz. Dann sollte das einigermaßen vernünftig dargestellt werden. Ähm... Genau, dann kann man hier wirklich hier, ne... Wie ihr seht hier schon, V-Sync... Also man kann hier wirklich, ähm... Kann hier wirklich jeden... Äh... Jeden, jeden Kram da wirklich einzeln, ähm... Einstellen, was man halt eben... Wie man es halt eben, ähm... An seinem... An seinem Multi-HD-Mode angeschlossen hat, ne? Also, ähm... Kann hier auch das Audio dann hochstellen, zum Beispiel. Und, ähm... Den VGA-Scaler dann einstellen. Ob dann, ob der am HDB dann der DVI-Mode aktiviert ist. Das sind aber Einstellungen, wie gesagt, die sind bei jedem... Die sind für jeden, ähm... Für jeden Monitor halt eben anders. Deswegen mache ich jetzt hier nur, nur die ganzen Basiseinstellungen, ne? Dann gibt's auch das OSD-Timeout, also On-Screen-Display-Timeout. Das ist hier halt eben unser... Unser, ähm... Ach, das... Genau. Geht jetzt nicht, weil kein Core-Gener ist. Aber halt eben dieses, dieses Mister-Menü, was man halt eben über, über den, die Menü-Taster eben einblenden kann. Ähm... Genau, dann Video-Info. Das heißt, äh, ähm... Er zeigt euch auch den, den genauen Video-Modus an, der jetzt da gerade, äh... Äh, an den Monitor geschickt wird und so weiter und so fort. Also, äh... Da könnt ihr wirklich alles Mögliche halt eben einstellen. Key-Ra, Key-Ra-Mode. Ähm... Ein Key-Ra ist ein Adapter, um ein, äh... Jetzt schießt mich tot, Komodoro C64, Amiga 500 und... Komodoro, äh, äh, C128-Tastatur, äh, in... An einem PC per, per USB halt eben zum Laufen zu kriegen. Und hier kann man halt eben dann, äh, was, äh, kann man halt eben den Key-Ra halt eben auch irgendwie einstellen, dass man... Wenn man sowas benutzt, um halt eben, wenn man den Mister zum Beispiel in einem alten C64-Gehäuse betreiben möchte, oder... In einem Komodoro, oder mit einer Komodoro, äh, C128-Tastatur, dann kann man das irgendwie hier rüber einstellen. Ähm, genau, da gibt's noch Jammer SD, äh, 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 Jammer SD-VID, Jammer SD-Keys-To-Joystick-Translation. Ähm, es gibt, es gibt für den Mister mittlerweile auch einen Jammer-Adapter. Ein Jammer ist ein, ist ein Standard, der in Arcade-Automaten verwendet wird. Also die, in Arcade-Automaten sind ja die Spiele auf einer großen, großen Platine oder auf mehreren Platinen. Und diese Platinen sind über einen sogenannten, äh, äh, Jammer, also Jammer geschrieben, ähm, Anschluss halt eben, ähm, verbunden. Das ist so ein, so ein Arcade-Standard. Und es gibt mittlerweile auch Adapter, dass man den Mister in so einen, an so einen Jammer-Anschluss anschließen kann. An so einen Jammer-Anschluss liegt dann, ähm, da liegen die Videosignale an für den Monitor, da liegen die, da liegen die beiden, wenn man, äh, man sieht's ja hier bei mir im Hintergrund, die beiden, der eine, der, der vordere Automat, der hat zwei Joysticks und drei Feuerknöpfe, die liegen dann auch alle an dem, an dem Jammer-Ding an und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, sowas könnte man jetzt hier auch noch einstellen, ne? Ähm, aber das ist, wie gesagt, ich hab jetzt nur mal den Monitor auf Basis eingestellt, sag safe, dann sagst du ja, wenn das geändert werden haben möchtest, dann muss ich auch rebooten. Jetzt wird wahrscheinlich das Bild gleich mal eben kurz, äh, anders aussehen von der, äh, Gator, von der Katze. Ne, sieht genauso aus wie vorher. Gut, ähm. Mit F2 kann man übrigens den Hintergrund verändern, wenn man's denn möchte. Irgendwas stimmt aber noch hier mit meiner... Ich muss noch mal eben ganz kurz hier meine Augen stellen. Doch, das ist... Musste ich einmal hier, genau, einmal hier die... Den Screen-Grabber einmal kurz hier resetten, damit das Bild auch wirklich jetzt... Ähm, Full-HD, 16 zu 9 Modus dargestellt wird. Ähm, dann blenden sie an. Das ist das mit OSD-Time, ne? Deswegen ist das jetzt ausgeblendet. Ganz schnell wieder ausgeblendet. Ähm, mit Escape komm ich hier wieder in das Mister. System Settings Menü, jetzt geh ich wieder auf Skripte. Ähm, so. Jetzt kontrollier ich nochmal das mit dem Controller. Und zwar drück ich jetzt hier die PS-Taste, alles blinkt und jetzt ist er auf einen gesprungen. Und das ist auch klar. Das ist auch klar, warum, ähm, da nix passiert ist, weil ich hab ja noch keine Buttons defined. Also, geh ich jetzt hier auf Define Joystick Buttons. Und jetzt sagt er mir hier, D-Pad Test, Press Right, also drück ich auf den D-Pad nach rechts. Ähm, am Stick, äh, Tilt Right, also ganz nach rechts am Stick, am ersten Stick, am linken Stick. Tilt Down. Stick 2, Tilt Right, Tilt Down. So, und jetzt sagt er jetzt, das ist hier jetzt das D-Pad, was da unten blinkt. Also rechts, links, unten, oben. Und dann unsere vier Feuerknöpfe. A, B, X und Y. Und dann die Schultertasten, L1 und R1. Äh, Select ist die Select-Taste und Start ist die Start-Taste. Äh, Press Mouse Move Right. Jetzt könnte ich da noch, die, könnte ich ja auch noch, auch noch eine Maus und so weiter auf dem, auf dem Pad belegen. Ähm, das möchte ich aber nicht. Ähm, also sage ich, äh, Space Undefine und nochmal Space, weil Undefine heißt, dass ich sie einfach nicht, momentan nicht konfigurieren möchte. So, und Press Menu und für Menu nehme ich jetzt die PS-Taste. Die drücke ich jetzt einfach. Press Menu OK. Ähm, also mit der PS-Taste kann ich dann mein Menü aufrufen. Ähm. Achso, äh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ähm. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht, muss ich nochmal im Canceln. Und muss da doch nochmal im Kurz rein. Und jetzt kann ich, jetzt skippe ich die, aber die habe ich eben gerade ja schon alle eingerichtet. Ähm. Select Start habe ich auch schon. Mouse Moves nochmal im Alle Überspringen. Ich habe mich gerade einen Fehler gemacht. Press Menu. So, Menu ist PS-Taste. Menü OK nehme ich jetzt den rechten Trigger. Also rechts unten. Und Menü Back nehme ich den linken Trigger. Und. Ja, jetzt sagt nochmal Analog X Tilt, äh, Tilt Right. Das wäre jetzt nochmal für einen zusätzlichen Analog-Controller. Die habe ich auch beide mit Space geskippt. So. Das habe ich jetzt alles soweit eingestellt. Äh. Ach, das ist ja auch drollig. Okay, weil ich die Joystick-Buttons, äh, ich muss das doch nochmal neu machen, weil, äh, weil, äh, er hat mir das übel genommen, dass ich die geskippt habe. Dementsprechend hat er die alle dann gelöscht. Das wusste ich jetzt nicht, äh, aber es ist ja eben schnell neu gemacht. Links, rechts, Select Start, Maus überspringen wir. Menü Playstation-Taste, Menü OK, rechter Trigger, Menü zurück, linker Trigger, Analog, X Tilt Right, überspringen wir Tilt Down, so. Und jetzt kann ich hier auch das Menü ganz bequem mit meinem, mit meinem Playstation Pad bedienen und, äh, kann über die unteren Tasten dann auch, äh, eins zurückgehen und so weiter. Und mit, mit der rechten Taste kann ich eben hier auch die Sachen dann, äh, auswählen. So, und jetzt sehen wir hier auch nochmal die ganzen Cores aufgelistet. Die heißen jetzt hier teilweise auch anders, der, der, das, wie wenn ich, äh, wenn man das Update-All-Skript, äh, benennt die ganzen Sachen nämlich auch noch um. Das heißt, dann steht da nicht Minimix, sondern dann steht da Amiga und dann steht das auch nicht hier unten, sondern steht es halt eben oben unter A. Ähm, und AO486, äh, steht auch nicht beim, beim Update-All, da steht dann unter P, steht dann PC und dann steht in Klammern dahinter 486, ähm, äh, SX mit 90 MHz oder irgendwie sowas, irgendwie so eine kleine Rennbemerkung noch dazu. Ähm, das ist beim Update-All etwas sortierter. Aber, aber wie gesagt, ich wollte jetzt einfach mal heute die Basiskonfiguration zeigen, so wie es halt eben auch von den, ähm, von Wiki halt eben auch her empfohlen wird. Dazu, man muss auch nochmal anmerken, ähm, ROMs sind natürlich nicht legal, also, ähm, äh, wie ihr damit umgeht, ist natürlich euch selber überlassen. Ähm, ähm, ich werde hier natürlich keine Tipps geben, wo ihr, wo ihr euch irgendwelche Sachen runterladen könnt. Ich denke mal, auch die Leute, die so ein Gerät kaufen, die wissen das schon. Und, äh, es gibt ja auch hier und da halt eben, ähm, Suchmaschinen, in dem, die man dann mal befragen kann. Und die, denke ich mal, geben dann auch sehr, sehr viele positive Antworten. Ja, schauen wir doch nochmal kurz rein. Ähm, USB-Polling, ähm, On- und Off-Fast-USB-Polling, das sollte man auf Anschalten, das heißt, dass, ähm, der, der, ähm, die USB-Ports etwas schneller abgefragt werden. Und das ist für, für Gamepads und für Joysticks, die man halt eben per USB anschließt, auch wenn sie Bluetooth haben, von Vorteil, dann gibt es da weniger Lag, beziehungsweise gar keinen Lag, je nach, je nach, je nach Pad. Das muss man halt auch ausprobieren. Es gibt durchaus auch Pads, die, äh, einen fürchterlichen Lag auf dem, auf dem Mister haben. Da, äh, kann der Mister dann aber selten was dafür, das liegt dann eher an den, an der, an der Hardware an sich. Ähm, weil, ähm, ich sag mal so, alles, was ihr von den Pads, ähm, unter Linux, falls ihr einen Linux-Rechner habt, äh, zum Laufen, äh, oder am Laufen habt und was funktioniert, ähm, das läuft alles auch am Mister. Da, und dann natürlich auch die 8-Bit-Do-Geschichten, ähm, die ja auch sehr weit verbreitet sind, die laufen auch alle, die laufen auch eigentlich alle wunderbar, beziehungsweise wir hier in der Retro-Comport-Community, da gibt's viele Leute, die 8-Bit-Do-Controller am, am, am Mister benutzen, auch die verschiedensten, ne, also da gibt's ja diese Super-Nintendo-mäßig, da gibt's dieses Arcade-Board, also da, da, ähm, gibt es eigentlich, äh, gar keine, äh, großartigen Probleme damit. Ähm, ja, dann gucken wir mal unter die Skripte, ja, Firewall an oder aus, äh, ja, muss halt eben jeder selber wissen, wie er das halt eben auf der Kiste halt eben haben, handhaben möchte. FTP ist bei mir standardmäßig immer an, das heißt, ähm, über die IP-Adresse vom, 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 äh, Mister kann ich dann auch ganz einfach per FTP auf die SD-Karte zugreifen. Ähm, äh, ja, MAC-Adress-Change, also man kann die MAC-Adresse auch nochmal ändern. Midi-Link-Updater, ja, Midi-Link ist interessant, hab ich auch nochmal eben ausgeführt, das ist für die Leute unter euch, die, ähm, ein, äh, die, Moment, äh, das Ding ist angestöpselt, muss ich mir abstöpseln, die vorhaben, sich ein MT-32-Pi zu basteln. MT-32-Pi, auch schon oft erwähnt, ist ein Synthesizer, ein, äh, MT-32-Synthesizer von Roland, der früher in den 90ern sehr, sehr teuer, aber auch sehr beliebt war, weil viele, viele PC-Spiele den zum Beispiel unterstützen. Ähm, das ist jetzt hier meiner in einem, ähm, mit einem Raspberry Pi 3, äh, 3B, ähm, und hier oben drauf sieht man halt eben die, die, äh, ja, die analogen Ausgänge. Die laufen bei mir halt eben dann ins Mischpult und halt eben vom Mischpult dann entweder hier auf meine Lausche auf die Kopfhörer oder, oder halt eben, ähm, direkt hier an, an meine, ich hab hier so ein, ach Gott, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt, Logitech Z900 oder sowas, dieses, dieses, äh, THX, äh, THX-zertifizierte Set hab ich auch nur, weil's mal billig war beim, äh, lokalen Media Markt, sonst hätt ich mir das Ding nie mitgenommen. Ähm, und ich find die Boxen eigentlich ganz schnuggerlich, die sind nicht so groß, aber haben ordentlich, klamm eigentlich einen ganz ordentlichen Klang. Zumindest für, für Daddelei ist das, das eigentlich, ähm, sehr, 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 sehr schön. Äh, Womart vor allen Dingen ordentlich, der, der Subwoofer, der, der kann einiges. Ähm, gut, schauen wir nochmal kurz in die Konten, in die Skripte rein. Ähm, G-Drive ist Google Drive, also falls ihr, äh, falls ihr ein Google Drive habt, könnt ihr hier halt eben, äh, dementsprechend, äh, das Ganze halt eben konfigurieren. Ähm, MRA-ROM-Check, was ist MRA-ROM-Check, weiß ich nicht, muss ich leider passen. Genau wie, äh, R-Clone und, äh, R-Clone-Config, das werden auch irgendwelche Cloud-Geschichten sein, also sprich irgendwelche, irgendwelche, ähm, irgendwelche Cloud-Speicher, die man da, da anspricht, aber ich weiß jetzt nicht fast, was das jetzt ist, äh, hab ich auch nicht, weil ich benutze das halt eben auch nicht, also, ähm, das hab ich mir halt eben auch angewöhnt, dass ich halt eben bei Sachen, die ich benutze, mich eigentlich nur mit den Funktionen, die mich selber halt wirklich interessieren, halt auseinandersetze und, 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 oder eben nicht. RTC ist die Realtime-Clock, sofern man den Mister nicht permanent per, per Netzwerk verbunden hat, ähm, sondern man hat so ein, äh, hat das Ding vielleicht in einem Arcade-Automaten, da gibt es ja für den, gibt es ja auch in den diversen Konfigurationen ja auch eine, eine Realtime-Clock, die kann man darüber dann halt eben einstellen. Ja, Samba hab ich vorhin schon mal erzählt, äh, Samba hab ich an, äh, und steht auch gerade, steht auch eben gerade da, ist Active at Startup, also wird, ähm, wird halt eben bei Start ausgeführt, Security Fixes. Ah ja, genau, das ist, Root Password is the original from the SD Installer, it should be changed. Do you want me to fix it? Äh, nö, interessiert mich jetzt momentan nicht. Äh, CA-Certificates need to be fixed, do you want me to fix them? Yes. Ups. Set, äh, Host Keys. Nö. Okay. Das spricht mir alles hier ab. Ja, das sind halt, äh, Sachen, die ich halt jetzt, jetzt noch nicht so eingestellt habe, aber, wie gesagt, da muss man halt eben, das ist halt wirklich dann für jeden, für jeden Einzelnen halt eben wichtig, wie, ja, das Ganze halt eben gesteilt wird. Äh, Soundfont Install, ja, es gibt auch die Möglichkeit, ähm, es gibt die Möglichkeit, äh, per, per Software-Emulation, ähm, per Software-Emulation sich, äh, äh, midi laufen zu lassen, aber das ist halt eben von der Performance her schon sehr, äh, fragwürdig, also, das layert dann mal ganz gerne. Ähm, ja, müsst ihr wissen, also, wie hat ich, ich, ich nutze mittlerweile mein, es funktioniert auch, es klingt auch, es klingt auch bei einigen Spielen, klingt das auch ganz, ganz gut, aber, äh, eigentlich braucht man dafür dann schon so, 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 so eine, äh, zusätzliche Lösung mit einem, mit einem Raspberry Pi und einem digitalen Analog-Converter, so wie ich das jetzt hier dann auch hab, dass man das Ding halt eben auch an Anlage anschließen kann. Ja, SSH on oder off, es sollte eigentlich selbstredend sein, ähm, dann kann man den, müsst ihr halt eben auch per SSH halt eben drauf zugreifen und konfigurieren. Timezone kann man seine Zeitzone setzen, die ist in dem Falle hier schon automatisch erkannt worden, Europa-Berlin. Ähm, ja, Update ist das Update-Script, was wir vorhin ausgeführt haben. Und, äh, ja, hier geht's nochmal um die Video-Modes, die man halt sich dann halt eben speziell einstellen kann. Wi-Fi ist halt eben, falls ihr einen Wi-Fi-Dongle am Mister dranhängen habt, äh, hab ich nicht. Ich hab, bin ein Freund der Verkabelung, auch wegen der Tatendurchsatzrate, ähm, ähm, dann könnt ihr darüber halt eben euer, euer Wi-Fi-Netzwerk halt eben dann einrichten, beziehungsweise den Mister, dem Mister da, äh, ähm, dem Mister da, äh, Zugriff drauf gewähren. Und Cross-O, W, Off und On, ich glaube, das ist auch irgendwas mit Controllern, aber, äh, wie gesagt, da ist nicht, da ist halt selber auch nicht nutzen, müsste ich mich da nochmal mit auseinandersetzen. Ich weiß jetzt auch nicht, wir, ich mach nochmal eben kurz hier den Browser auf. Ich weiß jetzt auch nicht, ob hier, ob hier noch großartig was zu den Skripten an sich nochmal erzählt wird. Nee, jetzt so ein, so auf den schnellen Blick seh ich jetzt hier nix. Nee. ADC in Audio-Tape, ah ja genau, genau, das kann ich auch nochmal kurz erzählen. Da hab ich mich nämlich vertan. Ich hab immer gedacht, die schwarze Buchse hier vorne, äh, wäre noch ein zusätzlicher reiner Kopfhörerausgang. Nein, das ist kein Kopfhörerausgang, das ist ein analoger Eingang. Und zwar könnt ihr, könnt ihr da, ähm, falls ihr, ähm, alte Datasetten noch habt und auch noch einen alten, keine Ahnung, alten Walkman oder, oder ein Tape-Deck, ähm, könnt ihr das dann halt eben hier über diese analoge Buchse anschließen. Und einige Cores unterstützen das, dass man halt eben so eine alten, äh, Datasetten-Tapes dann da, darüber reinladen kann, dass, äh, das funktioniert. Also, hab ich selber noch nicht ausprobiert, aber wie ich's im Forum lesen konnte, sind da wohl viele Leute, die halt auch wirklich ihre, ja, ich glaub C64 geht's auf jeden Fall, ähm, ähm, aber halt eben, interessant ist es dann halt eben noch bei den noch etwas älteren Computern, ähm, ich sag mal so TI-994A oder, oder manchmal auch C16, VC20, äh, weil da hat man ja vielleicht sogar noch, noch Tapes aus der eigenen Vergangenheit, ähm, irgendwo rumfallen. Fliegen, äh, Kassetten-Tapes gehen ja komischerweise im Gegensatz zu Disketten irgendwie gar nicht kaputt, es sei denn, man hat sie irgendwie 30 Jahre irgendwie auf dem Heizkörper gelagert, ähm, aber wenn man die einfach nur im Schrank liegen hatte, also ich, mir ist noch kein Tape-Deck oder keine Datasette untergekommen, die irgendwie kaputt gegangen ist. Ja, und, ähm, das wird da halt eben, ähm, das wird da halt eben, äh, unterstützt. Hier seht ihr das Ganze auch nochmal, ähm, ja, gibt's auch als einzelnen, gibt's auch als einzelnes, ähm, Bauteil, wenn man sich jetzt, wenn man jetzt, äh, hab ich ja, hab ich ja eingangs Audio auch schon mal erwähnt, als ich dem Mister vorgestellt habe. Aber wenn man, wenn man löten kann oder wenn man die Technik hat, sich auch hier sowas Aufwendiges mit SMD und so weiter, ähm, wenn man das zu Hause herstellen kann oder in der Firma oder, oder, keine Ahnung, dass das so oder so, ähm, gerne, gerne, äh, gerne so ein Bastler ist. Man kann sich diese ganze Hardware auch selber bauen und, äh, ihr seht hier auch schon, hier im Wiki ist sogar dann direkt verlinkt auf PCBWay. Ich klicke da mal eben kurz drauf, ob das sich dann hier öffnet. Ja, öffnet sich sofort. Ähm, PCBWay ist einer der vielen, ähm, ist einer der vielen, äh, Platinenhersteller im Netz. Das heißt, ähm, ihr bekommt dann die Platine, so wie sie hier halt ist, natürlich, ähm, ohne, ohne Bestückung, ähm, aber halt eben, halt eben fertig zum Löten. Und könnt ihr einfach hier sagen, add to cart. Achso, ja, okay, ja, das, äh, nee, bei, hab ich mein, hab ich mein Login jetzt gerade parat? Nee, hab ich, hab ich leider nicht parat. Ähm, aber wenn ihr euch jetzt hier, hier, äh, äh, anmelden würdet quasi bei, bei PCBWay, dann könntet ihr diese Platine halt eben auch sofort bestellen. Und die kostet dann, was weiß ich was, zwei, drei Euro oder so. Und dann kommt dann auch irgendwie Porto und vielleicht unter Umständen, äh, 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 kommt dann noch ein, kommt dann noch ein, ein, ein bisschen Zoll dazu. Ähm, aber, ähm, das ist halt eben das Schöne bei diesem Open Source, ne? Du kannst halt eben hier wirklich beigehen und sagen, ich möchte hier, ähm, ich möchte hier was nachbauen und, und ich kann mir hier zum Beispiel auf die Add-ons gehen hier zum Beispiel. Auch hier zum Beispiel das SD-RAM-Board, das ist ja hier, hab ich hier auch schon mal erzählt, das ist dieser, äh, diese, diese, dieses Speicher-Board, was man auf jeden Fall braucht, was hier, genau, hier ist auch nochmal aufgezeichnet, wo das beim DEC draufgesteckt wird. Ähm, wo das halt eben gesteckt werden muss. Und das gibt es halt eben auch in, in, äh, verschiedenen Größen. Ich hab gesagt, ähm, 128 MB rate ich euch zu, dann habt ihr keine, keine Sorgen, was, was Cores angeht. Und, ähm, hier ist das Ganze halt auch nochmal, auch nochmal beschrieben. Ich dachte jetzt, ich dachte jetzt, hier gäbe es dann auch gleich noch einen Link zum, zum Bestellen bei dem, bei dem Add-on jetzt nicht. Mal gucken, ob es beim IO-Board was gibt. Das ist jetzt ein IO-Board, ähm, das ist anders als mein IO-Board, das hat hier diesen berühmten User-Port drauf, mit dem man dann halt eben auch, ähm, den, den MT32, äh, nee, Quatsch, da oben ist er, steht sogar hier oben. Kann man, kann man, kann man das, nee, kann man, kann man jetzt, glaub ich, wenn ich reinzoome, warte mal eben, kann ich hier reinzoomen? Nee, kann, oder darf ich hier, darf ich hier, darf ich hier zoomen? Ich darf zoomen. Hier steht sogar, not USB Serial IO, das ist nämlich eine, das ist nämlich eine, äh, USB 3.0-Buchse, die aber halt, äh, die man halt eben, die man halt eben nur als, aus, aus, ähm, aus, ähm, vom Formfaktor her gewählt hat und von der Anzahl der Pins, das ist halt eben eine serielle, äh, äh, serielle Ein- und Ausgabeschnittstelle, da kann man halt eben dann, da drüber kann man halt eben dann zum Beispiel sein, MT32 Pi euch auch dann direkt, äh, ansteuern und braucht nicht, äh, braucht kein, ähm, braucht kein, äh, MIDI-Kabel oder, oder irgendwelche andere, es gibt dann auch andere Lösungen, da werden wir auch nochmal drauf kommen, wenn wir, wenn wir uns mit dem MT32 Pi beschäftigen, entweder hier oder im Hardware Talk about Robin, weil das ist eigentlich auch so ein, MT32 Pi ist eigentlich auch ein Thema für beide Welten, also für, für Mister und auch für, generell für Retro, Retro-Computing, ähm, es gibt ja auch noch viele andere, äh, Computer, die, die über MIDI verfügen und die können natürlich auch auf so ein, auf das MT32 Pi dann zugreifen, ne, also es gibt ja auch für Amiga und für ST, äh, gibt es ja auch, ähm, MIDI-Schnittstellen und die können halt eben dann auch die Karte, äh, die MT32 Pi-Karte dann halt eben benutzen und, äh, nicht nur der, nicht nur der Mist, aber das, das ist, das, äh, sprengt heute auf jeden Fall, äh, so oder so den ganzen Rahmen. Ähm, ich bin eigentlich auch schon viel, äh, viel weiter, als ich heute eigentlich überhaupt, äh, erzählen wollte. Ich hatte ja eingangs gesagt, ich hab heute leider nicht so viel Zeit, dass ich jetzt den ganzen Abend hier, äh, auf Sendung kann, wie, wie, äh, wie letzte Woche. Nächste Woche, nächste Woche, Montag wird's definitiv länger gehen, aber heute muss ich jetzt hier auch mal langsam zum, zum Ende kommen. Ähm, ja, also, mal eben kurz den Browser nochmal aus dem Blickwinkel nehmen. Ähm, wie gesagt, so, so sieht dann euer, so sieht dann euer Mr. aus, wenn ihr das, ähm, wenn ihr euch an, wenn ihr euch, äh, an, an das Installationsskript aus dem Wiki gehalten habt von Mr. Fusion, ähm, das ist etwas, etwas chaotisch, sag ich mal so, weil, äh, unter Unterstrich Arcade zum Beispiel haben wir jetzt die ganzen, ganzen Arcade-Cores, oder hätten wir die ganzen Arcade-Cores, die sind jetzt hier nicht drin, weil, äh, die halt eben beim, ähm, ähm, äh, die sind halt eben beim, ähm, ähm, äh, Mr. Fusion-Skript nicht, nicht, nicht inklusive. Ach, Gregor ist auch online. Ja, kauft euch einen Mr. bester Retro-Kopf aller Zeiten. Ja, ob beim Antonio nicht, also, ähm, das tauscht euch untereinander aus, wo ihr die besten Erfahrungen mitgemacht habt, also der, der Mr. FPGA.de, der deutsche Händler soll, ist auch sehr gut, da haben auch sehr, sehr viele, äh, von uns aus der, äh, äh, Retro-Kompott-Community gekauft, ähm, das, das, das müsst ihr halt eben selber wissen, wenn, wenn ihr, wenn ihr sogar Bastler seid, also richtig, richtige Bastler seid, dass wenn ihr auch, auch SMD löten könnt, ähm, oder, 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 oder einen Bekannten habt, einen Onkel habt, oder weiß der gar nicht, oder Vater hat, einen Vater noch habt, der, der gerne, der, der noch SMD löten kann und möchte, ähm, dann kann ich euch auch fast, fast, äh, dazu raten, äh, bestellt euch einfach nur das DEC-Nano-Board und die baut euch die anderen Platinen einfach selber, weil das ist einfach dann, das macht wahnsinnig viel Spaß. Also, ich, äh, hab den zweiten Mr. jetzt hier noch, noch nicht, ähm, im Bilde gehabt, weil er auch noch lange nicht fertig ist, ähm, den werde ich aber dann auch irgendwann im Laufe dieser Sendung mal zeigen. Ich hab mir noch einen zweiten Mr. gekauft und, äh, der bekommt gerade ein eigenes Gehäuse und zwar mach ich mir, äh, einen, ja, einen alten, äh, ich lass mir einen alten PC-Tower drucken, der dann, ja, so, 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 wie halt ein alter, alter, kleiner S-Com-Tower oder Highscreen-Tower, aber halt eben, der dann auf dem Tisch dann steht und dann ist da der, die, die Mr. Platine drin, dann ist da, ähm, dann sind da ein paar USB-Ausgänge dran, weil ich brauch nicht so viel, ich brauch eigentlich im Endeffekt, brauch ich nur, nur, äh, drei USB-Ports an meinem Mr., einmal für meinen Keyboard-Dungle, einmal für den Bluetooth-Dungle und dann nochmal einen dritten USB-Port für etwaige USB-Controller, ähm, und der, ja, genau, und der, der Raspberry Pi mit DAC ist dann auch in dem Gehäuse drin und dann hat der Raspberry auch vorne, oder beziehungsweise der Tower hat dann vorne auch, ähm, man kann ja bei dem bei MT32 Pi so ein, so ein kleines OLED-Display an, ähm, ranbasteln, wo man halt eben dann auch die Soundbank-Bänke sieht und so weiter und dann kommen, kommen da noch zwei, kommt da noch ein Dreh, ein Dreh-Poti dran und zwei Knöpfe, damit ich den, ähm, den MT32 Pi halt eben auch direkt am Tower halt eben dann, dann einstellen kann, aber das, äh, wie gesagt, das ist noch groß in der Mache, das ist, da gibt's auch noch nichts, was ich großartig zeigen kann, ich hatte da auch ein paar Probleme mit, ähm, ich hatte zum Beispiel, ähm, das erste Problem, was ich hatte, das, 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 das DEC Nano-Board kam an, das war auch wunderbar, hat auch wunderbar funktioniert, nur, haben die wohl vergessen, in der Produktion die, äh, HDMI-Buchse richtig vernünftig mit der Platine, äh, zu verlöten. Ich hab da das HDMI-Kabel zwei, drei Mal herangesteckt und dann hatte ich die, äh, die Buchse in der Hand. Wurde zum Glück ausgetauscht, ohne, 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 ohne Kosten, die haben dann gesehen, dass das, äh, die schrieben dann auch zurück, dass das, dass das ein Materialfehler, also ein Produktionsfehler wohl war bei dem Board. Ob das jetzt ein altes Board war, was sie mir zugeschickt haben, das weiß ich nicht, sah nicht alt aus, aber das ist halt, der HDMI-Port kam mir halt entgegen. Äh, ein roter Re-Encoder. Ähm, ähm, inso fragt, was ich mir, ähm, was ich mir dann da, da, da ranfrieme, ähm, an, an den MT32-Pi zum Einstellen. Ein roter Re-Encoder wird das werden. Ähm, Ja, und, und wie gesagt, und, äh, die, die anderen Sachen, die dann in dem Ding halt drinnen stecken, äh, die hab ich halt auch mehr oder weniger alleine, äh, hab mir Hilfe geholt bei, bei Leuten, die halt layouten können. Ähm, da hab ich mir dann quasi mein, mein eigenen, mein eigenes IO-Board halt eben dann auch zusammengestellt, weil ich halt nun mal die, die drei Knöpfe, wie ich sie hier habe, ähm, die möchte ich halt eben vorne dann auch am Tower-Gehäuse haben und, und ich möchte halt eben auch diverse Status-LEDs am, am Gehäuse haben und da haben mir ein paar Leute geholfen, dass, äh, das Ganze dann halt eben dann auch in die, in der, in der, in die Tat umzusetzen, so, aber der, der Mister ist halt eben, der wurde jetzt ausgetauscht vor ein paar Monaten, das Mister-Board hab ich auch schon wieder, aber wo ich, wo ich momentan noch Probleme mit hab, ist, äh, mit dem SD-RAM-Board, weil ich hab mir selber einen zusammengelötet, aber irgendwie will das nicht und, äh, das hat gerade auch ein guter Kumpel von mir nochmal in der Mache, um zu gucken, ob ich da beim SMD löten, weil ich hab SMD, ich hab so ne, so ne Heiß, Heißluft-Löt-Station, ob ich da einen Fehler gemacht habe oder, ähm, ob vielleicht da auch, der, der RAM-Chip irgendwie einen weggekriegt hat durch, durch, durch meine Lötaktion, das, das kann ich so nicht sehen, da fehlen mir auch die Messgeräte zu, um sowas, äh, durchzuchecken, ich hab keine Oszilloskopen hier und so weiter, das wollte der Kollege dann machen, aber ich hab zum Glück von dem SD, von dem SD-Board, äh, hab ich mir halt eben nicht, nicht eine herstellen lassen und ich hab gleich zehn herstellen lassen und, äh, falls jetzt was in dort ist, dann muss ich da halt nochmal eben, nochmal eben ran, ähm, aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich dann eher eine Sache, die ich dann zum, ja, Mitte des Jahres oder vielleicht, äh, Mitte des Jahres hab ich jetzt schon erreicht, äh, dann eher zum, zum Jahresende dann zeigen werde, weil das ist ein Projekt, was halt, das möchte ich halt eben auch, dass das hundertprozentig wird und vorher möchte ich das auch nicht zeigen, ähm, da bin ich dann, das soll schnieker aussehen und nicht irgendwie so ein, äh, unförmiger 3D, äh, so mit, so griffeligen 3D-Druck, zusammengefriemeltes Gehäuse, das muss dann schick aussehen, ähm, von daher, werde ich's dann auch wirklich erst zeigen, wenn's fertig ist, entweder hier oder, vielleicht haben wir auch nochmal ne, ne, ne Party in der, in der Retro-Location, da nehme ich das Ding natürlich dann auch mit, also wieder so ein, so ein Weihnachtstreffen oder sowas, schauen wir mal. Nun, gut, ähm, damit würde ich's dann heute auch erst mal belassen, also bei der, ähm, ne, wie gesagt, wenn ihr euch so ein Ding holt, ähm, nehmt die, nehmt gleich ne eigene SD-Karte, ähm, und dann, äh, wechselt, äh, wechselt die, die Mitgelieferte aus gegen eure eigene und setzt euch damit auseinander, wenn so schreibt SD, würde er nicht lange bleiben, er würde, äh, da, bei ihm käme dann ne SSD dran, ja, kann man auch machen, äh, bitte bedenkt allerdings, wenn ihr ne SSD an dem, an dem, an dem Teil betreibt, oder auch, oder auch ne Festplatte, ich würde sie nicht direkt durch den, durch den Mister mit, mit Stromversorgung, ich würde noch einen externen, einen externen USB-Hub dazu packen, der eine eigene Stromversorgung hat, einfach um zu vermeiden, dass, ähm, dass da zu viel, äh, zu viel Saft dann für die Peripherie dabei drauf geht, also ich hab das jetzt selber noch nicht gehört, dass da was passiert ist, aber, äh, es ist eine Fehlerquelle, die man, die man ausschließen kann, und, ähm, Wiki bin ich mir auch ziemlich sicher, kann noch mal kurz nachlesen, ich glaube, im Wiki wird da auch noch mal explizit drauf hingewiesen, dass man, dass man bei USB, äh, auch wenn man das USB-Board hat, ähm, da sollte man, äh, dann trotzdem, äh, ein USB-Hub benutzen, ich guck mal eben kurz hier, genau, kann ich auch noch mal kurz einblenden, damit ihr das auch sehen könnt, USB-DOTA, USB-Hub-DOTA-Board, und hier, guckt mal, hier, hier könnt ihr auch, hier steht's auch wieder, ähm, hier könnt ihr auch wieder gleich bei PCBWay, könnt ihr euch gleich, äh, dass das Board halt eben bestellen, und, äh, und, ähm, dann, zur eigenen Verwendung, halt eben, ähm, 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 bestücken, beziehungsweise ich habe die Vorlagen genommen, beziehungsweise die Leute, die mir da helfen, haben diese Vorlagen genommen, um, äh, um da dann halt eben was eigenes draus zu entwickeln. Ja, es gibt Platz, immer Tonio müsste er für eine SSD, aber ganz ehrlich, also, ich, äh, ich weiß nicht, ob ich da unbedingt eine SSD, äh, reinfriemeln muss, also, ganz ehrlich, also, ähm, man hat ja nichtsdestotrotz meistens das Gerät, äh, sowieso parallel immer zum PC an, oder, oder, man kann ja auch, äh, äh, komm her, kommt das Ding jetzt hier nicht ins Bild, warte mal eben. Äh, viele von euch haben ja auch, auch sowas in der Art, so ein NAS halt eben irgendwo noch, noch im, äh, im Büro irgendwie rumstehen, ähm, man kann das ja alles auch, auch dann irgendwie extern lagern. Mir ist es ja auch schon mal passiert, dass die, dass die SD-Karte durchgebrannt ist, warum auch immer, die neue, die neue 400, äh, die neue 500 Gigabyte, die da drin ist, die läuft einwandfrei, ähm, es ist halt immer, immer so eine Sache, ne, also du hast den Zugriff halt eben auf die SSD und, und, äh, wenn dann der eine oder andere Core dann, dann nochmal so ein bisschen unsauber, ähm, bei, bei der Datenspeicherung, äh, arbeitet, dann kann es da auch schon zu einer Menge korrupter Daten dann halt eben kommen, also ich, hatte das ja auch mal gezeigt, wann, ähm, war das in der WhatsApp-Gruppe, oder war das, war das, ähm, war das mal, war das mal irgendwie mal, mal, äh, live, aber halt eben dann, 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 dann im Off-Topic, ähm, da, äh, müsste man halt, äh, da waren halt eben dann, dann, äh, zehntausende, zehntausend Fehler irgendwie auf der Karte drauf, die man beheben lassen musste, unter Windows, das ging, lief aber dann auch einwandfrei, ja, SSD ist günstiger als, als SD-Karte, ja, also, das muss wirklich jeder selber wissen, also, da gibt's, da hat ja, da hat ja jeder auch eigene, eigene Vorlieben und eigene, ähm, eigene Verfahrensweisen, also ich, ich hab das ganz gerne mittlerweile, dass ich die Sachen, dass ich so ne, ich sag mal, so ne, so ne Basisinstallation auf ne SD-Karte habe, ähm, gut, das ist jetzt in meinem Falle, äh, gut, dann ist die SD-Karte jetzt hier drin, sondern auf meiner SD-Karte ist halt eben auch ein bisschen mehr drauf, ähm, aber ansonsten zieh ich mir die meisten, also, ich hab auch noch andere kleinere SD-Karten, die ich dann, oder ich hatte die, ich hab ich jetzt, hab ich jetzt nicht mal, weil ich vorhin sagte, das ist meine letzte SD, die ich jetzt hab, ich hab, ähm, ich hab meine anderen SD-Karten, ich hatte, ich hatte einen, äh, ich hatte einen defekten Raspberry Pi 3a, und, äh, das Ding hat mir vier, ja, doch vier, vier waren's, vier SD-Karten hat mich das Ding, Mikro-SD-Karten hat mich das Ding gekostet, weil ich dachte, es wäre mein Fehler mit der Konfiguration, Konfiguration, aber nein, der, der, der Raspberry Pi war, war da an der Stelle wohl sehr defekt, ist jetzt auch nicht so tragisch, weil das waren alles so kleine Karten, so im Bereich bis zu 32 GB, ähm, aber wie gesagt, wie ihr damit verfahrt, äh, das, das ist wirklich euch, äh, komplett, das muss jeder halt eben wissen, wie er es halt eben, äh, am liebsten irgendwie, irgendwie verwaltet, da ich nicht nur den Mr., da ich nicht nur den Mr. nutze mit, eben den, äh, vorhin bereits erwähnten, äh, Sicherheitskopien, sondern auch noch andere Systeme habe, ich hab ja auch, ich nutze ja auch zum Beispiel einen, ein Ultimate 64, das ist dieses, äh, äh, C64, äh, vom Gideon, der ja auch auf FPGA-Basis arbeitet und der auch über eine, eine Netzwerkschnittstelle verfügt, ich greife da teilweise auf, auf, äh, dieselben Ressourcen mittlerweile zu, weil es ist Blödsinn, für jedes FPGA-Gerät oder auch für, für Emulatoren, wenn man dann, äh, wenn man dann einen Emulator irgendwie laufen hat, äh, auf einer Playstation, auf einer Vita oder weiß der Gerberst, und es gibt halt eben die Möglichkeit, eine, eine Netzwerk-Ressource einzubinden, da mach ich das halt eben schon. Wie viel Megabyte an ROMs hab ich auf dem Mr., wenn man fragen darf? Äh, ich, ja, weiß ich jetzt gar nicht so genau, muss ich ganz ehrlich sagen, also, es ist eine 400-Gigabyte-Karte und, äh, die ist, die ist gut zu 70% gefüllt, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, vieles ist da aber auch, ähm, das bekannte Paket von, von, ähm, wie heißt er denn jetzt, ähm, heißt der Floyd, äh, der, der Typ, der das, äh, äh, ähm, A0, dieses PC, es gibt so ein PC-Paket von einem, von einem Typen, der halt eben auch dann, dann die ganzen CD-ROMs damit, äh, äh, das ISOs damit reingeschmissen hat, das hab ich da halt auch raufkopiert, weil es ist dann halt schon lässig, weil ich besitze auch selber eine riesengroße PC, PC-Originalsammlung, aber sich dann selber den ganzen Kram zu erstellen, das ist ja dann doch ein bisschen mühselig, ähm, ich hab mal angefangen, ich hab mal angefangen mit meiner eigenen, ähm, mit meiner eigenen DOS-Sammlung, das sind zwei Images, äh, acht Gigabyte, ähm, und, und, äh, die sind alle noch, die laufen zwar wunderbar, aber ich möchte das Ganze noch so ein bisschen, noch mal so ein bisschen sauberer sortieren, und bis man das dann halt dann, dann irgendwie dann eingestellt hat, und, äh, da vergeht halt doch wieder eine Menge Zeit, die man ja irgendwie dann, dann auch nicht unbedingt immer hat, dann, äh, beliebt man sich doch mal ganz gerne bei diesen fertigen Paketen. Naja, und was halt eben an anderen Konsolen dann halt eben so anfällt, ne, also, es ist halt schon eine Menge, und, äh, klar, wenn jetzt der, PlayStation 1 Core doch noch mal kommen sollte, oder auch noch ein, ein Sega Saturn Core kommen sollte, äh, klar, dann wird's mit einer 400 Gigabyte SD-Karte auch schon recht schnell eng, also, ne, ne ISO, das wissen wir ja alle, ne ISO ist halt so groß, wie sie halt eben ist, meistens dann, irgendwas um 700 Megabyte, und wenn man dann halt eben ne, ne, ne große Sammlung halt eben hat, die man dann halt eben dann auch drauf irgendwie dann verewigen möchte, ja, da braucht man halt dementsprechend einen Platz, also, da kommt man dann gar nicht um, um eine, um eine, äh, externe, externe Platte dann, dann, äh, drumherum, aber ich, ich bin in letzter Zeit sowieso dazu übergegangen, wirklich nicht mehr so viel, ähm, so viel an Krempel da, ähm, da, da, da hin und her zu kopieren, weil, äh, im Endeffekt suche ich mir die Spiele mittlerweile auch, also, speziell auf dem Mister, weil der Mister halt eben dieses, dieses ultimative Spielerlebnis, äh, sehr, sehr nah am Original, oder 100 Prozent, wie das Original halt eben bietet, äh, äh, da suche ich mir die Spiele halt eben dann doch schon ganz, ganz gezielt aus, die ich da irgendwie drauf gespeichert habe, das sind dann schon die Spiele, die halt eben mich selber halt eben auch, auch beschäftigen, weil, das kennt ja bestimmt auch jeder von euch, wenn man dann wirklich eine umfangreiche Sammlung hat, äh, und man sucht dann, hat dann mal wieder Bock was zu zocken, dann ist man irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Stunde lang irgendwie beschäftigt sich, durch diese Listen durchzuhangeln, und im Endeffekt spielt man dann, dann doch wieder, äh, was weiß ich, war Super Mario, oder, oder Tetris, oder weiß der Geier was, ähm, nur, dass man viel auf der Karte drauf hat, dadurch spielt man dann ja auch nicht unbedingt mehr, ähm, das ist ja dieses, äh, was wir alle haben, dieses, dieses Sammeln und Jagen, dieses Archivieren, ähm, ja, wie gesagt, das, äh, äh, das muss halt wirklich jeder selber, selber wissen, also ich, ich kenn's halt eben auch von anderen Leuten, ähm, die halt eben dann, ne, da haben sie ihre 2 Terabyte Platte, dann haben sie da noch eine 4 Terabyte Platte, dann haben sie noch irgendwie, dann haben sie irgendwie noch ein, noch ein, noch ein Nas, wo sie halt eben dann ihre Sachen drauf, drauf speichern, weil sie dann doch irgendwie merken, äh, sie, sie möchten ihre, ihre Sammlung halt eben dann im Netz, irgendwie für sie, für die Maschinen, die dann auch irgendwie auch im Netz Zugriff haben, verfügbar, haben wollen, so, das, das muss man halt, das muss halt eben jeder selber für sich halt eben dann entscheiden, wo, wie man das Ganze halt dann eben macht, und, das ist halt eben auch alles nicht gerade legal, das muss man einfach auch nochmal betonen, und da muss halt eben auch jeder selber wissen, was er halt eben macht, ne, gut, die Zeiten sind vorbei, dass, dass Leute wegen, wegen, wegen alten Robkopien dann, dann direkt auch an der Haustür klingeln, das wissen wir ja auch alle, ansonsten würden wir dieses Sammeln und Jagen ja auch nicht so, nicht so sehr betreiben, aber, äh, immer im Hinterköpfchen behalten, es gibt immer noch irgendwelche Copyright Holder, die dahinter stecken, und, vielleicht ist es ja auch manchmal ganz gut zu wissen, okay, man hat ne, man hat Zugriffe auf, auf, auf eine Sammlung, aber man muss sich nicht auch, ordentlich unbedingt alles auf den, auf den Festplatten horten und speichern, ähm, das muss halt jeder, halt jeder halt eben, muss halt jeder für sich selber entscheiden, also, ich will ja auch gar keinen Fall irgendwie Moralapostel spielen, also, das muss halt jeder eben selber wissen, und oft ist ja auch, das Argument, äh, zählt für mich, in gewisser Weise auch, das Problem ist ja auch, an, bei, bei vielen Sachen, die halt eben archiviert, werden, äh, würden das nicht private Leute machen, irgendwann sind die Sachen halt eben aus dem Netz weg, und, ähm, das ist ein Thema, was ich zum Beispiel auch diesen Mittwoch, ähm, nochmal, beschreiben werde, weil am, am, am Mittwochabend, äh, hab ich den, der Retro-Comport-Hardware-Talk, dieses Mal mehr oder weniger alleine, eventuell hab ich noch einen speziellen Gast, der, äh, in die Sendung reingeschaltet kommt, das ist aber noch nicht ein trockener Tüchchen, ansonsten würde ich es jetzt hier ankündigen, ähm, da reden wir halt eben über, über, äh, oder ich rede halt eben über meinen alten Arcon Archimedes A3000, den stelle ich dann hier auch auf, auch auf den Tisch, dass man ihn auch in der Kamera beobachten kann, und ich hab dazu noch einen, äh, 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 PC700 mit, äh, Strongarm-Prozessor, das würde ich alles dann am Mittwochabend erklären, und bei den Maschinen ist wirklich das Problem, es hat früher, äh, keiner kopiert, das war sehr verpönt, und dementsprechend gibt es viele der Sachen, gibt es einfach nicht mehr, weil es wurde nicht raubkopiert, es gab keine, es gab eigentlich keine Cracker-Szene auf den, auf den Kisten, wenn, dann war sie sehr, sehr klein, und, ähm, ja, da sind einfach jetzt auch wirklich, äh, Sachen, Sachen aus der eigenen Kindheit, äh, die sind einfach weg, weil es wurde halt eben, äh, es wurde halt eben, halt eben nicht, äh, äh, archiviert, ne, und, ähm, wenn man das jetzt mal auf, auf andere Systeme halt immer eben überträgt, ähm, da, da, äh, ist es halt eben schon, schon auch wichtig, dass es da Leute gibt, die halt die Sachen archivieren, ähm, ob es dann in dem Umfang sein muss, wie es teilweise betrieben wird, dass dann der eine dann irgendwie noch eine Riesensammlung hat, und der nächste, und dann, äh, gibt es dann wieder die, die, die Superlativen der, der, äh, ROM-Sammlung, ähm, falls jemand von euch, ähm, bei Facebook aktiv ist, äh, meldet euch mal bei einer, meldet euch mal bei einer Raspberry Pi, Retro-Gaming, äh, Gruppe an, da ist jeder zweite Post, äh, wo kriege ich die ROMs her, und, 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 äh, ich hab jetzt hier eine, eine, keine Ahnung, eine 1-Terabyte, äh, Platte einmal ein paar Jahre geschlossen, welche ROM-Collection ist denn da die beste, und, ähm, ja, also, wie gesagt, äh, Quellen für den ganzen Kreml gibt es, gibt es noch und nöcher, die werden auch nicht, die werden auch nicht, äh, großartig, ähm, die werden auch nicht großartig in ihrem, in ihrem, in ihrem Verbreiten, äh, gestoppt, soweit, wie mir bekannt ist, ähm, aber es ist halt eben, das muss halt eben wirklich jeder selber wissen, also ich, ich, äh, ich hab hier selber auch eine Menge an, an Original, an Original-Spielen, und das ist auch wirklich so, die meisten Sachen, die ich zocker in einer Emulation, das sind meistens auch Spiele, die bei mir so, so oder so, äh, als Original im, im Regal spielen, weil es sind ja immer wieder die alten Klassiker, die man, die man dann halt eben in der Emulation, oder in der Simulation jetzt beim Mister halt eben dann, dann zockt, es ist ein, es ist ein Super, Super, Super Mario World, es ist ein, äh, äh, um jetzt mal was vom PC zu nehmen, es ist dann ein, ein Civilization, oder ein, ein, äh, auf dem C64, ein Neuromancer, oder, oder, oder weiß der Geier was, ne, ähm, bei der Playstation wäre es ein bisschen mehr, was ich da jetzt aufzählen könnte, aber, ähm, dass ich halt eben die Sachen dann halt eben dann auch in der, in der Simulation auf Mister oder in der Emulation auf dem, ich spiele ja auch wahnsinnig gerne auf der Vita, ähm, dass ich das dann halt eben dann irgendwie dann auch zur Verfügung habe, ich denke mal, das ist, das ist dann auch mehr oder weniger in, in Ordnung, also, da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen, wie man so schön sagt, und nicht irgendwie alles dann, äh, dann irgendwie dann, dann so zerhacken, aber, wie gesagt, dieses massive Sammeln, wenn man die Sachen nicht wirklich nutzt, ja, muss halt jeder selber wissen, also, ich, das ist bei mir halt eben genauso, ich hab, ich persönlich zum Beispiel, hab auch ein, hab auch ein sehr, sehr geringes Verständnis für Menschen, die, äh, sich 50 C64, äh, ins Regal stellen, und sagen, ich hab hier eine ganz tolle Sammlung, und, äh, dann stehen die da im Regal, ne, da ist irgendwie keiner mitgeholfen, also, äh, und, und ähnlich seh ich's bei Software halt eben auch, obwohl bei Software halt eben dann noch der, der, äh, Präservationsgedanke halt eben dann, äh, 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 halt irgendwie dann doch noch so, dann im Vordergrund dicht ist, es sollte schon, es sollte schon irgendwie möglich sein, Software auch, auch zu, zu archivieren, ohne, also vor allem ist das ja auch Software, die 20, 30 Jahre alt ist, ohne dass dann irgendwie dann, äh, Schwib, Schwager oder irgendeine Tante dann um die Ecke kommt, und irgendwelche, irgendwelche, äh, Writes dann irgendwie dann an den, an dem Kram dann irgendwie, irgendwie claimt, weil ich mein, äh, wirtschaftlichen, wirtschaftlicher Schaden, äh, entsteht da heute an den alten Geschichten, äh, meines, von meinem Verständnis her nicht mehr wirklich, also, äh, ansonsten sollen sich die, sollen sich die, die, äh, Rechteinhaber hinstellen, und die Sachen auch, ich würde den Kram auch kaufen, wenn jetzt einer sagt, hier, ich verkaufe, was weiß ich was, äh, ich, Firma Ocean, Firma Cinna, aber ja, wir, wir stellen jetzt hier für, für einen, für einen angemessenen Preis von, was weiß ich was, 10, 20 Euro, können wir unsere ganze Collection runterladen, und wir haben über 50 Euro, würde ich auch sagen, ja klar, mach ich, ne, aber, das ist ja häufig dann auch auf der Fall, dass, äh, dass es die für mir auch schon gar nicht mehr gibt, und, ja, warum sollen wir das dann nicht auch archivieren, aber, wie gesagt, das ist ein anderes Thema, da will ich auch gar nicht irgendwie, ähm, da will ich auch gar nicht irgendwie, ähm, eine, eine großartige Meinung irgendwie dazu, dazu, äh, verbreiten, also, ähm, macht's wie ihr es, wie ihr, wie ihr das für richtig haltet, und ob ihr dann nur eine 512er SD-Karte, oder ein 3 Terabyte, oder ein 4 Terabyte Festblatt an eurem Mister hängen wollt, macht's so, wie ihr, wie ihr der Meinung seid, dass es irgendwie, dass es irgendwie für euch, für euch sinnvoll ist, ne, also, ich hab das lieber klein und kompakt, und dann halt eben, wenn's dann halt eben mal, ähm, wenn's dann mal eben mal interessante Sachen gibt, dann spiel ich mir die halt eben gerne über, über, über das Netz halt eben ein, und hab ich die ganze, die ganze Rumtüdelei mit der SD-Karte nicht, also, normalerweise seitdem, seitdem die SD-Karte einmal abgeschmiert war, ähm, und ich dann auch neu, neu, neu gemacht habe, ähm, ist die eigentlich die ganze Zeit da immer drin, und, und wenn ich dann mal wirklich umfangreichere Sachen, wie jetzt, äh, irgendwelche PC, meistens sind es ja dann irgendwelche alten PC-Adventures, ähm, dann, ähm, dann zieh ich mir halt eben rüber, auf, äh, als ISO von, mit dem CD-ROM, und dann, dann spiel ich die Dinge halt eben über, über, über das Netz halt eben auf die SD, ne. Ja, gut, jetzt, äh, kommt wieder die alte Diskussion mit der Lautstärke von Festplatten hoch, die ich sowieso nicht verstehe, äh, aber naja, ähm, hat noch irgendjemand eine Frage zum, zur Software, zur Basis-Software-Installation des Misters, äh, ansonsten würde ich nämlich dann heute den heutigen Mr. Monday dann für heute dann beenden. Ähm, nochmal der Hinweis für alle Nachteulen, äh, Ab circa 0 Uhr könnt ihr hier Brotbox 64 live beim SNES, beim Super Nintendo zocken, äh, beobachten. Es gibt, äh, es spielt Zelda A Link to the Past, ab, ab Mitternacht, jetzt, die, läuft, läuft jetzt die ganze Woche, mehr oder weniger immer, äh, nicht mehr oder weniger, läuft jetzt die ganze Woche bis Freitag, äh, immer ab Mitternacht. Ähm, und ansonsten sehen wir uns morgen Abend wieder ab 20.30 Uhr, bei den Videospielkriegern. Ah, Phil, jetzt kommst du noch zum Abspann. Ich hab dich gerade anmoderiert. Ähm, ja, morgen Abend ab 20.30 Uhr, Videospielkrieger, Innocent Unchalcord, Teil 3. Schauen wir mal, ob wir morgen das Adventure zu Ende schaffen. Ich glaube fast nicht. Äh, ich denke, wir werden, wir werden, das wird, ich denke, es werden vier Teile werden. Und, äh, als Nachfolger zu Innocent Unchalcord hab ich auch schon einen Titel. Den werde ich aber, weder morgen noch, weder morgen noch irgendwann in dieser Woche, äh, äh, spoilern. Das mach ich dann beim letzten Teil von Innocent Unchalcord, der wahrscheinlich dann in der nächsten Woche stattfindet. Ja, wie bereits erwähnt, am Mittwoch ab 21 Uhr gibt es dann hier den Hardware-Talk, ähm, Retrocompaar-Hardware-Talk. Dieses Mal geht es in die Welt der britischen Computer, des britischen Computerherstellers Arcon. Ähm, wir werden nicht die, wir werden nicht die 8-Bit, äh, Systeme beleuchten, wir werden uns ausschließlich mit den, mit den modernen 16 und 32-Bit-Maschinen, oder es sind eigentlich nur 32-Bit-Maschinen, ähm, auseinandersetzen, also in, in Hardware-Form, Arcon Archimedes A3000, wahrscheinlich noch ein Arcon Archimedes A3000 und 10 und dann halt eben der, schon oft erwähnte RISC PC, RISC PC 700 mit, äh, nicht mit einem, nicht mit einer AM7 CPU, sondern mit einem Strongarm und, äh, ja, am Donnerstag dann in gewohnter Form. Ab 20 Uhr der Video-Kompott, äh, der Video-Kompott, jetzt, der, ähm, Retro-Kompott-Videostammtisch, es wird mayonnaise gezockt, und, ähm, am Freitag dann in gewohnter Form, ab 21 Uhr, die erste Stunde des Audio-Stammtisches, hier live auf Twitch, zum Mithören. Und nochmal, weil er jetzt auch gerade hier reingeschneit kommt, äh, alle Nacht-Eulen, bitte schaltet ab 0 Uhr ein, wenn die Brotbox, wenn Brotbox, wenn Phil von der Brotbox 64 dann hier am Super Nintendo sitzt und Zelda Link to the Past zockt. Ja, in dem Sinne, äh, bleibt gesund und wir sehen uns morgen Abend. Macht's gut. Tschüss.